bim 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 abend leute willkommen zum neuen stream wie geht's euch freut mich natürlich sehr sehr wie ihr da seid willkommen im stream meine freundin der sonne wie geht's wie steht's bin sofort für euch da oh nur momente bitte ich bin hier kurz am öffnen den chat hier für mich dass ich den sehe dann bin ich sofort da mango abend was geht bin pünktlich das freut mich daraus hören mango wie geht's dir mein freund der sonne wie geht's wie steht's leo abend wird aber leo abend wie geht's auch dir freut mich auch dass du kurz eingeschaltet hast wir müssen mal wieder ein bisschen zocken wenn du mal lust hast oder zeit demnächst aber wie geht's dem lieben mango auch und der lieben leo freut mich dass ihr beide kurz eingeschaltet habt sehr lieb von euch natürlich bigfoot abend nico wie geht's mir geht's super und dir kommen gleich abend zocken meine freundin der sonne freut mich auch dass du da bist kein problem dann bis gleich kannst du gerne gleich schreiben bis dir geht freut mich natürlich zu hören dass du auch kurz da warst aber mir geht's super dank der nachfrage natürlich bigfoot ich hoffe euch geht's genauso gut ciao aber wir sehen uns bestimmt später leo meine freundin der sonne nicht traurig sein wir werden uns ja noch sehen rimuru abend mein bester freund der sonne wie geht's dir freut mich auch dass du eingeschaltet hast lieber lord rimuru ich freue mich schon auf diese woche die neue folge maxi abend mein bester freund der sonne freut mich auch dass du da bist wie geht's dir maxi willkommen wie geht's wie steht's meinem freund der sonne dem maxi freut mich auch dass du da bist der code für erst rund ist 1602 carlo abend steffen abend wie geht's euch beiden freut mich auch dass ihr da seid willkommen euch im stream wir machen zwei runden schnell es ging kurz mal gut dann habe ich das hinter mir und dann machen wir nur noch kassen games wenn es okay ist habe ich mir gleich gelassen das lieb von dem maxi marcel abend freut mich auch dass du bist wie geht's dir es sollen wir es dann heute kurz machen eigentlich wollte ich letztens mit dir besprechen aber wir wurden dann irgendwie abgelenkt mod müssen wir schauen wir kurz erstmal noch nicht tun mir leid mir geht es gut aus dass du die ja das hat ich glaube es hat leider jeder mir geht es auch ganz gut danke nachfall carlo mein freund freue mich dass es natürlich auch gut geht aber ich mache das lieber jetzt schnell dann haben wir später schnell weg und ich bin froh wenn es auch vorbei ist weil jetzt noch nicht so viele leute da dann vielleicht denke ich so vielleicht mehr wie geht die runde schneller aber mir geht es auch ganz gut wenn es euch super geht code ist das der map code und code ist 1 602 braucht hilfe beim beitreten wie du möchtest leo meine freundin sonne thema lustig ich dachte vielleicht als erste runde thema rot wenn ihr lust hättet oder blau so ein einfaches thema wie wäre es mit als erste runde thema blau wurde nicht abgelenkt du hast gesagt da ich wollte mit via chat darüber mit dir reden aber irgendwie weiß ich nicht das habe ich das eine mädchen angeküsst und dann war ich voll verwirrt ja blau und rot also thema blau und rot wollte so machen ich habe top chat das ja crazy ich hoffe ich habe nichts übersehen ich weiß es nicht muss ihr sagen niko gestern hat das game kassierer na da gar nicht ich hatte kein handemisch genau ab mein bester von sonne freunds noch dass du da bist wie geht's ja oder beides so würde ich sagen thema rot blau oder beides hat gar keine ähnlichkeit jassin ab mein bester wie geht's dir freundlich dass du da bist aber meine frage wäre wo sollen wir dann erst euch erstmal einmal so ein server machen so bezahlen wo wir einfach trotzdem noch normal so bauen wie jetzt früher wo sollen wir es erstmal mit skyros machen weil ich glaube skyros wird immer noch dauern weil ich habe es nicht ganz verstanden wie man das macht sass ich bin nicht sass aber ich würde echt gern schon eigentlich den nächsten mal microstream machen darf ich nur noch gerne leo wenn du möchtest kannst du gerne mitmachen weil ich es gehen konnte ist ich war meistens mit leuer mitarbeiter ich bin nicht sass was für sass ich bin gar nicht sass das gerne lollo kannst du gerne mitmachen aber abend lollo willkommen zu ihm wie geht's meinen freund freund mich noch zu englisch hast lina abend meine freundin der sonne freund mich noch dass du was wie geht's dir ich habe dir was auf discord geschrieben lina kannst du kurz darauf oder hast du schon wahrscheinlich aber wie gesagt jeder kann da gerne mitmachen mir geht's auch ganz gut dank der nachfrage und die lina ah ist mich am ignorieren ich sehe es schon die lina die mag mich nicht kasten games oder erste runde skincons ist zwei runden skincons danach kasten games code ist 1 6 0 2 schreib ich gerne kurz rein code ist 1 6 0 2 und das ist map code einfach später wissen gerne gerne nico also sagst du ja oder er nein so ja siehst du die map hier steht der code soll ich euch zeigen was macht cloud später machen wir ein bisschen kasten games mein bester wir machen nur ein zwei runden es ging kannst du später ja 100 prozent okay gerne ich dachte vielleicht dass du einmal ein spiel entscheiden darf dafür mache ich dann aber erstmal keine reaktions dafür dachte ich dass du dann das und spiel entscheiden was das spiel was ich mir dann noch kaufen würde wenn ich das noch nicht habe ich hatte keine innigkeits im kassierer geht er mal wieder echt immer verlässt du mich schon mein bester egal nicht schlimm ich dachte du hast zu viel angst du verlierst immer das ging konntest thema ist rot blau bitte wenn einer von euch hilfe braucht beim code eingeben ich helfe immer gerne kannst du mir bitte schreiben wenn du kasten games machen willst kurz sein kein problem bei kurz sonst ja kann ich gerne machen ich weiß nicht wie ich ob ich das schreibe zu schreiben aber guck ich gerne mal rein ja sonst sieht man sich hoffentlich später wieder mein freund rot blau ja bitte das als thema bigfoot gerne wie gesagt würde ich mir holen aber ich glaube ich hätte angst dass ich allein mache thema rot blau bitte echt da bin ich mal gespannt maxi thema ist rot blau wie gesagt wenn einer hilfe braucht ich helfe immer gerne lolo wenn du hilfe brauchst beim code eingeben bitte nur schreiben hab einmal gewonnen du hast gar nicht gewonnen du in deinen träumchen hast du gewonnen hast jemanden finden der dir hilft jetzt muss ich noch gucken ich wüsste nicht wem ja das muss ich gucken sonst mache ich es alleine mal aber ich glaube allein hat hart kritisch dass ich da einfach nur rumschreien werde leo vielleicht da können wir schauen einmal ja doch du hast einmal gewonnen kannst ins finale ich weiß ob du gewonnen hast allein schaffe ich nicht aber schaue kann das können wir gerne schauen carlo ich hasse euch so sehr allein unmöglich echt so schwer allein also wie gesagt viele mögen für das andere nicht und mögen meistens in fortnite leila ab meine freundin der sonne freut mich auch dass du da bist wie geht's dir wie geht's wie steht ich habe gehört die liebe amina hat sich heute so ein schönes kleid geholt gewonnen da rimo hat nichts gewonnen da ist eine lüge bitte anderes thema nächste runde gern mein freund karlolo nächste runde gern machen ein anderes thema habe ich mal gespannt heraus leila meine freundin der sonne aber nächste runde machen wir gerne ein anderes thema lolo wäre lieb wenn du irgendwie ein bisschen hast du kein skin leider oder wo ein bisschen blau blaues oder bisschen rot heraus aber ein verdammtes geld hau mal raus aus guck du bin du hast einen win das ist crazy echt wenn das gut ist kann ich mir auch vielleicht holen müssen wir mal schauen müssen wir mal gucken na ich war voll gut im vr-chat max ap ab und mein freund freut mich auch dass du da bist wie geht's dir dbd ist auch cool das und gerne musst du so immer verstirmen oh wäre auch schon auch mal cool stark das freut mich zu hören lolo 5 gewinnt jeder ich drücke die daumen marcel mein bester ist amina drin oder kostet discord was er ist gott ist umsonst kannst umsonst machen leila und ich glaube amina war jetzt noch nicht drinnen sogar kannst du gerne holen wie gesagt auf app store google play stores umsonst aber muss aber einen account anmelden mit gmail ich hab mich wie bei youtube brauchst du auch zwei leute oder du musst multiplay ist aber schwer ja multiplay ist halt real komisch max ap gehst du schon mal ein freund dann wünsche einen schönen abend vielleicht sieht man sich morgen wieder war trotzdem kurz da was gar nichts gemacht hast du am besten doch voll voll gut das geht an geht da musst du auch mal machen ich weiß nicht geht ja da habe ich irgendwie diese motivation nicht zurzeit aber leider gerne und colin abend willkommen stream kohlen wie geht's dir vor uns noch dass du da bist wie geht's wie stehst du am besten vor dein lieben kohlen wir starten jetzt sofort äh kohlen möchtest du noch mitmachen oder sollen wir die erste runde schon mal starten wir gesehen neun leute sind ja fast alle drin die hier auch im chat sind da können wir theoretisch eigentlich gar nicht gerne starten ich bin zu schlecht hast denn ich werde level eins dann habe ich gehört hat die liebe amina gesagt so ein schönes kleid da ist die wie geht's amina vor allem dass du auf der screen gestaltet hast ich habe keinen anime skin kann ich noch mehr machen gerne colin der code schreibe ich da sofort rein ich warte gern für dich auf kein problem das der mapcode mein freund ich schicke dass der mapcode und der code zum mitspielen ist dann 1602 thema rot-blau bitte ich hatte halt früher auf der ps4 an account aber jetzt habe ich auf pc und da weiß ich nicht ob ich ihn an ich habe keinen hanmi skin ich weiß amina nicht oh was muss die amina nicht vergessen wir machen sofort ready nur mein bester muss ein shake was mit wasser trinken ist er nicht lecker eis essen und erdbeeren oh das hört sich cool an kann ich mit aber nur das essen ich habe keinen lina wirklich doch hat er dann habe ich nicht dass eine lüge dass eine große lüge dass eine große verschwörung gegen mich gerne ich komme gern mit aber ich möchte nicht euer zu sein euer zu sein kann wie ein drittes rat zerstören das ist crazy lina ich habe gar nicht ich habe eine frage hat jemand von euch bock später nach dem stream wie art hat man ja wie gesagt alle die haben die können gern mit der schmerz hat ein bisschen zu zocken auch hat jemand von euch wie art chat später oder bock zu zocken ich glaube aber keiner leider aus der wii ist auch nicht schlimm ich höre die klenke ja ey das ist cool spielst du doch das ist wie art chat ist so ein spiel wie hat man ja wie gesagt alle die haben die können gern mitmachen wie art chat richtig geil also gestern wirklich wie art chat ist crazy sachen passiert wir waren auf dem deutschen server ich habe mich mit riemuru kurz getroffen wir standen kurz vorm spiegel ich hatte kurz meine technischen probleme wir machen noch nicht bereit wir warten kurz gerne mango du auch wenn du möchtest und man braucht dafür keine via brille man kann auch über pc zocken gtl spd musst du installieren man kann auch ruhig über pc spielen dann gestern leonard abend willkommen auf dir und freut mich dass du da bist auf einmal wir waren gestern so ich hatte kurz wieder technische probleme wie immer macht die wunder nicht mit er kann es gern nächste machen an mir meine freunde und dafür braucht man da ein pc auf einmal kommt so mädchen angelaufen du hörst die so und gibt mir so ein kuss auf die back und läuft auf einmal wieder weg das ist einfach wie art chat ist eine eigene welt hundeteam abend freut mich dass du wieder da bist was hat es denn mein freund freut mich dass du wieder da bist endlich fahrrad wieder repariert glaube ich das stark backroom können wir schon auch mal hau raus leer meine freund sonne aber wirklich der remeru hat sich schon gewundert warum ich nicht hat keinen harten dass ich weiß nicht wie alt die war sogar das was soll ich dann oh das tut mir leid zu hören hundeteam aber wir hatten jetzt wirklich eine komische welt natürlich jassi mein freund ich wollte es mir sofort tun aber ich hoffe den hundeteam geht es auch natürlich jetzt wieder besser aber wirklich das end mir war sie 16 oder sie war 12 oder so ein mittending aber ich weiß es nicht also geht tatsächlich auf jeden fall jassi sofort das muss ich auf jeden fall nicht kann ich bestimmt auch machen ich habe ich müsste mir ernst zu stellen ich glaube könnte ich heute habe ich gar nicht thema rot dauer genau kolle mein freund der ihr seid ich sage euch nichts mehr digga was ist das das ist eine lüge ich kann nicht ganz will er geht auf fünf habe ich sogar zweimal sogar maxi das ist crazy was die leute für lügen erzählen das ist wirklich crazy das einfach alles gelogen hier das ist wirklich cool wenn man sich zocken könnte habe ich gar nicht das ist doch noch gar nicht raus und kommt 2025 raus kann ich dir auf spiel verkaufen das crazy kann man vielleicht schauen wir haben ganz hart das ist crazy das könnte jetzt für den stammkunden preis ja kein problem wir warten kurz wir würden aber gleich gerne starten wäre es uns okay wenn du nächste runde mitmachst mein bester und vielleicht du dann den thema für nächste runde entscheidest ich war gleich dabei es ist alles gelogen matteo aber mein freund freundes das auto funktioniert nicht braucht ihr nicht wollte ich euch kurz sagen was ihr braucht und der restlichen das crazy 18 für das restliche ja okay das glaube ich gut ich habe eigentlich extra trailer mehrmals angeguckt wegen mit die frauen echt das kann ich das sehen 11 30 okay lass uns starten könnten alle leute die nicht drin sind bis nächstes mal warten echt dann mach du nächstes thema weg von meinem freund ich starte die runde ich hoffe alle die mitmachen wollen sind drin ihr könnt auch gerne im chat mit bewerten wir machen noch eine runde das dann danach äh man braucht zwei emotes könnt ihr auch gleich gerne da einstellen bitte ich würde gerne starten ich sag euch gleich drinnen was ihr braucht da gibt es ja so umkleiden drinnen das war wirklich ich hab keinen anime skin das ist alles gelogen das war die unterhaltung die war schokolade nico der es war die wir auch schon das war komisch hatte chantelle märchen geguckt und zu jungs haben 18 plus ich hab was da mit der amina drin leila sagt er ist zu jung oh jetzt bin ich mal gespannt wie alt er dann war ah der bliebe bigfoot entscheidend nächstes thema ihr könnt gerne auf der map gleich umschalten was ihr braucht das ist keiner weiß was für das alles das ist crazy ich hatte dir alles erzählt oh der das ich das ist ich weiß nicht ich kann nicht fassen dass auf einmal so viele leute schreiben das ist eine frage kannst du eine falsche anfrage nehmen gerne warte du alkohol nehme ich gleich sofort an kein problem wann habe ich das denn gelöscht ich habe keinen anime skin ich habe keinen anime skin ihr könnt ihr kommt VR chat heute ich beweise es euch ich kann auch irgendwann mal VR chat stream wenn ihr wollt soll ich mal VR chat stream irgendwann ihr seht ich hab das ist alles gelogen ich glaube VR chat stream wäre halt langweilig gestern nach the pit echt ich habe eigentlich keinen gelöscht na also bei so pit nein bitte nicht Waffe klauen Marcel mein Freund ach man du hast es kaputt gemacht ja was bringt mir das jetzt mein Freund guck mal ich kann das auch man ja ok können wir raus gehen feld 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 starbis ja ich hab nichts gemacht kann ich gerne mal machen vielleicht als video die sowas ja wir müssen raus gehen der hat leider kaputt gemacht hat er hat er hat er nicht hat er kaputt gemacht thema ist rot blau immer noch das crazy leider ey hast du den avatar shot gesehen kannst du drauf gehen oder was du mal äh kann ich gerne mal gleich gucken abos aber abend willkommen stream abos freut mich dass du da bist Felix gaming sp da so ungefähr halt na kannst du gerne Felix wir warten jetzt kurz ah schade Lolo ah ist nicht schlimm wie gesagt passiert mal dem besten ist ja jetzt nicht so schlimm ah es braucht ja nur eine farbe blau oder rot wir müssen ja nicht beide haben war eine entschädigung was für eine entschädigung war die mein bester das ist alles gelogen bei VR Shatter das ist man Gimuro Map kommt schon sofort rein ach komm schade gerne abos kannst gerne mit spielen wenn du möchtest es tut mir leid Lolo wir waren wir standen jetzt sofort früher jetzt sind ja auch mehr da tut mir echt leid vielleicht wusstest du die Person das auch nicht wenn du bei mir bist Rimuru ich hab sie schon gekauft das ist crazy abos das macht ab und zu auch Spaß ach ich krieg's auch in Toast Wladin wenn du möchtest das ist eine Lüge Maxi so gelogen wie geht's dir mein bester Freund der Sonne ja das ist cool hab ich früher mal gespielt ganz ganz früher wo es rauskam ja nein da um 3 Uhr geht nicht heute SkinCons ja wir machen 2 roten SkinCons Zeit wenn Bock hast kannst gerne mitmachen ich bin kein perversling ihr seid pervers ihr seid pervers nicht ich geht blau und rot gleichzeitig gerne könnt ihr auch so machen gerne abos wir warten kurz auf dich das gelogen nehm ich gleich sofort an ich müsste aber gleich kurz paar löschen aber mach ich gleich wäre lieb wenn wir es bei Custom Games gleich machen ihr seid alle pervers ihr seid pervers alle das ist crazy Digga das ist ja was machen wir Edgar ab und willkommen zu meinem Freund der Starbust wir machen einzelne Runden SkinCons und danach gerne ein bisschen Customs aber wenn du möchtest kannst gerne mitmachen das lieb von dir Zeit sehr lieb von dir nein du bist nicht fair der liebe Vlad die ist pervers die Lina ab und zu auch aber nicht immer der Rimo ist auch pervers wer war noch pervers ja muss ich gucken gleich Code ist 1602 ey bitte nimm mir das geh dich löschen das lieb von dir Jassin ich hab dich auch lieb mein Freund ihr seid das sei es ich hab 10€ für einen Rolex von Full of Us das stark Aure ab meine Freundin so ne fremst du auch dass du da bist ich bin nicht pervers siehste da werden sie's angriffen fühlen hä das was für nee das ist ja das ist crazy das ist einfach ne tanzende Maus die mach ich überall ich mach ich glaub ich bin in 2 Runden mit weil ich bin in der Runde ach so aber wir machen nur 2 Runden äh SkinCons wenn ihr Bock habt Map schreib ich sofort rein hier ist die Map Code wenn ihr braucht für den Team Felix und den Team Side und Code zum Spielen ist 1602 wir machen sofort Ready ich hab dir was geschickt das war nicht cool auf ah natürlich Bigfoot ah hättest du dich machen müssen mein Freund Ready wir starten jetzt sofort wir warten nur kurz auf die lieben 2 Leute und starten wir sofort wir warten kurz auf die lieben äh Ami geht zu Pondi Auro meine Freundin in der Sonne äh früher der Team war einmal drin aber auch lange nicht mehr 100 Team Film wir warten ganz kurz auf und wir gleich gehen starten ich geh du bist mir zu wärst der Vladi du bist das ist das ist hallo maß ja warum du so traurig das freu mich zu hören dass es euch super geht das ist crazy das ist echt crazy das bin ich ein du bist eine kleine perverses keine Ahnung irgendwas bist du weiß Gott gerne Auro würd mich freuen wenn du dazukommst mein hab 10 Euro für ein Roblox Botfollower ausgegeben wurde gescammt warum hast du denn 10 Euro für ein Bot ausgegeben das ist crazy Thema äh rot blau bitte rot oder blau ihr könnt gerne beide Farben nehmen oder auch nur eine Farbe von den beiden ah bitte nicht die Waffe nehmen rot blau du hattest einen wer das ist gelogen Vladi das ist gelogen Wollte ein paar taurte Follower haben oh ah ah wozu denn bei Roblox ist bei DC ähnlich wie ein Controller äh DC ist ähnlich wie Whatsapp aber halt ohne die Whatsapp Nummer ist nicht schlimm auch du kannst ja gerne nächste Runde machen wenn du möchtest ok start die Runde ich hoffe alle sind drin die mitmachen wollen wer liebt die Leute die noch nicht drin sind dass sie bis für nichts ohne warten wir warten echt schon lange und danke natürlich äh dass ihr euch hier gewartet haben du hast 1,99 Euro bekommen echt das ist crazy dank für den 1 Euro Edgar wir warten kurz ah ich würd gar nicht gern echt starten ah dank für den 1,99 Euro Spende ah vielen lieben Dank Kuss geht raus an die 1,99 Euro Herz natürlich auch im Chat sehr sehr lieb von euch ah wer war das denn warte ganz kurz ich würd aber gleich gern starten kannst du mir was schenken ich würd gerne kann ich gern mal schauen ich verlos aber vielleicht denkst du was hab's geschafft kannst du das auch so kann ich gern machen Code ist 1,602 äh ach so äh woher hab ich diese 1,99 Euro gelesen eine Serie gerne gibt's auch Part 2 ja ich hab's jetzt auch gesehen 11,99 Euro dann vielen lieben Dank für die 11,99 Euro aber woher hab ich dann 1,99 Euro gesehen ich schwöre das stand im Chat zu meiner Verteidigung jetzt sieht sie ungefähr äh sieht sie wie ein Controller drauf äh wie ja ja so ungefähr ja können wir dann gerne ah ich am liebsten würden wir jetzt echt starten können nächste Runde wenn's lieb wär ah du wirst schon gewinnen hier sind ja nicht so viele Leute wir starten jetzt sofort ja auf welcher Map äh das ist die Mapcode hier wen da das lieb von dir Socke freu mich zu hören meine Freundin in der Sonne kannst du wahren an sich gerne ich glaub die Leute wollen starten das hat gar nichts bei mir Lodo das ist eine Lüge ich scamm wo scamm ich denn jetzt woher scamm hä hab ich ach komm nee 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 wo scamm ich der das das Glogan Maxi starten wir starten sofort warte noch 2 Minuten wir warten kurz 2 Minuten das ach komm das ist gelogen das ist sowas von gelogen ich kann die ich kann die Code nicht machen aber soll ich dir helfen mein Freund äh du gehst kurz hier oben und machst hier die Map dann wählst du die Map aus bitte gehst dann hier auf öffentliches Matches und gibst hier den Code ein benutzer die für den Schlüssel 1602 Digger das ist auch gelogen Vladi hä nein werde ich nicht ja ich hatte schon mal im Leben bestimmt einen aber durch VR Chat ja das nein das ist crazy das lieb von dir Socke meine Freunde Digger das ist crazy ja ihr habt schon Spaß im Chat oder ja super das sehe ich doch ihr habt schon alle Spaß im Chat super sehe ich W Chat Digger was für W Chat das ist ein L Chat hier gerade ein dickes L hier L das ist alles eine Lüge L steht für Lüge Code da unten also Map Code ey da unten kommt der Code 1602 W Chat nein was für L Niko W Chat Digger das L Chat ja Cloud und äh Aura haben recht L Chat der ist keine Propaganda es gibt eine rechte H ne 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 wir starren sofort Digger das ist crazy Code 1602 L Niko W Chat nein das Fake also ihr müsst auf die Map gehen und dann unten den Code 1602 ihr müsst oben die Map aber auswählen das ist crazy der was jetzt woher kommt jetzt diese gerissene Hose vor allem ist er so da bist du doch mein bester Freund in der Sonne Willkommen back im Stream der warum bin ich jetzt auf einmal nordkoreanisch was passiert mit mir wie sehe ich aus bin ich nordkoreanisch fett klein mit einer gerissenen Hose ich bin kein Mädchen hinterher gerannt das ist crazy hey Niko Digger das ist crazy so sehe ich aber nicht aus wollte ich nur gesagt haben ich glaube wir können starten ich glaube alle sind drin das lieb von der Cloud ja Socke meine Freunde in der Sonne ich starte alle die noch nicht drin sind wer lieb wenn du bis zu nichts ohne sonst wartet Kim Kim der bist du hab ich vergessen meinen Namen ok lasst uns jetzt starten die Leute die noch nicht drin sind wer echt lieb wenn ihr bis zur nächsten ohne warten könntet dann kann alle die bis zur nächsten ohne warten ich glaube wir warten hier für 8 Minuten das ist crazy gerade das ist crazy aber hau raus Socke meine Freunde in der Sonne das na Niko hat sie ja gerufen Puppe ich hab gar nichts gerufen kann ich gerne mit dir das machen echt Felix aber nur wenn du Bock hast und Zeit hast er hat zwei kaputten Hosen wegen Zell ja ich hab gar nichts meine Hose ist nicht kaputt ich hatte nur einmal mein Leben eine kaputte Hose und das war eine Kinderhose das war meine Kinderhose von wo ich noch klein war diese Kindergröße Vladi Abend das ist crazy von dir diesen Abend Assassinen Abend Willkommen zu ihr Freund des Starbots wie geht's dir am besten von der Sonne zeig ich euch gleich gerne ich hatte einmal eine kaputte Hose aber wie geht's dem besten Freund Smoke den Assassine na ist sie nicht die ist nicht die ist einfach nur gerissen weil die halt alt ist du kannst gar nichts beweisen ok bitte nicht die Waffen nehmen ok bitte bitte nicht aber ich freue mich dass es dir gut geht ich hab ein ich hab wirklich nur eine Jeans ich muss mir echt neue kaufen das ist ja wirklich die crazy Sache äh kann ich mir gleich holen hau raus äh Socke meine Freundin in der Sonne eine alte Socke das ist aber schon lange her das ist nicht heute gestern passiert äh und ich ich brauch leider keine Helfen auch aber bitte nur nicht die Waffen nehmen wäre lieb von euch bitte an euren Dingern stehen bleiben ich hab zugegeben dass eine alte Hose gerissen ist nicht die ich hab kurz noch nichts gehabt und uh boah es tut mir leid ich freue mich ich hoffe dir geht's dir besser um das Team wenn wir dann so scheiße lasst natürlich kacke Digga das ist ja crazy gerne ein bisschen beim bewerten bitte kann man gerne schauen vielleicht aber bitte nicht in die Mitte kommen bitte nicht Erik nicht die Waffen klauen mein Freund danke bitte 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 nicht ich möchte nicht nochmal starten ok könnt gern folgen das ist natürlich crazy nächstes Mal warte mal was wenn das Nico hat nein ich schau dich ich schau dich sofort gleich rein bitte euch alle hier vor mir äh hinstellen wenns geht bitte bleibt mal alle da stehen ungefähr hier an euren vor mir bitte hab ich nicht ich bin Farbomber aber ich bewerte dich auch gerne mit wenns so kiffig ist ja ein bisschen blau oder nicht ah kannst ja gerne da hinstellen aber wie gesagt ich brauche ich hier kann man nicht helfen bitte hier so einzeln vor den Teilen stecken ich seh deine Nachrichtsocke meine Freundin in der Sonne die schau ich sofort gleich rein bitte mal hier so einzeln hinstellen dann hier noch ne Person dann hier noch ne Person hier hier da stehen bleiben bitte du da stehen bleiben oh hunderteam wird gelöscht ja von T2 und 2 ne das mach ich gar nicht hier kann noch einer stehen wenn möchte könnt ihr hier bisschen aufrücken da bitte danke du auch da bitte der skin bitte da aufrücken ah nicht schlimm hunderteam ich seh leider die Nachricht noch nicht na hab ich nicht hier ist nicht mal ein Aura Skin das ist crazy ok lass uns bewerten mal ein bisschen ich muss auch Musik anmachen Depper daylight muss ich mir installieren hab ich noch nicht muss ich zugeben ok lass uns bewerten mal oh ich muss Klett öffnen wieder sonst seh ich hier nicht sonst seh ich hier traurig DC guck ich sofort rein nein ich irgendwo red ich nicht Socke ich hör dich doch meine oder bin ich auf Mute Socke was gibst meine Freunde auch nicht irgendwo red ich nicht warum sollte ich oder hörst du mich nicht kann jemand mal an Socke in den Chat schreiben ob die vielleicht Stream aus hat ich ghost ghoste keinen von euch Thema Rot Blau bitte oder eine von den beiden Fahnen bin auf der Rückkehr auf der Seite auf der Map echt ok dann geh mal bitte alle hier hin und bitte nicht weg bewegen von den Teilen ich guck sofort rein ey das ist crazy der Skin kann weiter der ist cool ich kann leider das Thema nicht bin erst level kaum Aura du kannst es noch hier in den Spinnen ändern wenn du möchtest jeder hat ja seinen eigenen Spinn bitte da auch wirklich stehen bleiben boah ist auch cool der Skin ich schau aber gleich sofort rein ah sagt er der geht hier noch als Blau durch die Spitze war auf jeden Fall mega geil ah der Skin steht jetzt an der Reihe das ist crazy sagt er geht noch weiter oder nicht so bekommen wir da einweisig daran ähh der n ach ja was sagt ihr zu dem Skin ich find der Rucksack ja rote Rucksack auf jeden Fall weiter Ist halt blau schon Ja, kann man bestimmt weiter sagen, warum nicht Erste Runde Boah, das ist cool mit den Elementen Das ist eine richtig coole Idee Wer hat denn den Kopf raus mit dem Skid? Das ist crazy Bleib mal bitte da stehen, wenn es lieb wäre Einmal umarmen, gerne, aber bitte da stehen bleiben Bitte da wirklich stehen bleiben Aber bitte, bitte da stehen, bitte Nicht zugucken Okay, bitte, bitte nicht Aura, bleib mal bitte da hinten stehen Der Skins auch geil Lass mal sehen Boah, ist das eine geile Kombo Heilige Kacke Das ist crazy Echt, wo bist du aber, mein Freund? Boah, eine geile Spitzhacke Ist eine geile Kombo auch, auf jeden Fall Rote Rucksack Ja, kommt auch noch weiter Peter Griffin Ich weiß nicht Passt der Rucksack zu dem Skin? Oder was sagt ihr? Das bin ich Das ist crazy, Lolo Der Skin war auf jeden Fall cool Der hat alles set Echt Ja, ist natürlich schade Ein bisschen Nee Ich würde da Ich weiß nicht Passt der so Ich weiß, ob der dazu passt Ich weiß es ehrlich nicht Muss ich zugeben Alter, cool aus Nee Ich würde sagen, nein Weiter mit der Echt, das ist stark Felix Adjuder an dich Ich weiß nicht Ich fühle den Rucksack leider gar nicht Mein Freund Das war der Maxi Moa mit Abel, mein Freund Freut mich, dass du da bist Wie geht's dir? Willkommen zu Moa mit Mein bester Freund der Sonne Boah, Spitzhacke Ja, wollte ich eh nicht zeigen Der liebe Maxi Willkommen Backsacke, meine Freundin der Sonne Freut mich, dass du da bist Oh, hier mag ich irgendwie Ja, doch Es geht noch fit Das Schwert Ich weiß nicht Was sagt ihr zu dem Rucksack? Muss ich zugeben Das ist gar Das ist eine Fake Nachricht Wie geht's nochmal mit? Geht fit? Sagt ihr geht fit? Ich weiß es nicht Muss ich zugeben Ey Mein Freund, mein Freund Nicht zu mir kommen, bitte Hast du meine Nachricht? Ich hab die gesehen, Sock Ich hab die ganze Zeit Garnworte sogar, mein Freund So Boah, ich weiß nicht Ja, komm, lass mich weiter Das ist kein Blau-Rot Tut mir leid Leid, mein Freund Das ist Grün Ist das ein Blau Oder bin ich farbenblind? Ah, bitte wirklich da stehen bleiben Bei euren Stellen da Ja, sonst ist mein Skin top Ja, dann Ich fand ihn cool Ich fand halt nur Der Rucksack nicht so cool Ein Grün Ich würde sagen Das ist ein Grün Oder nicht Ah, tut es dir Dann dich, mein Freund Ah, das ist lieb Und jetzt so ehrlich Zugibst du da Für Manche werden weggelaufen Thema war Blau Genau Blau oder Rot Okay, alle bitte Können die zwei Skin-Sainten Bitte hier weiter aufrücken Hier hingehen Ah, das ist schwach von Finn War es nicht Ah, ich gehe an Finn Bitte hier Bitte Skin Hier hinkommen Okay Geh aber dann bitte Nach da hinten hin Geh dann nach da hin Ich hab gesehen Der hat deinen Platz geklaut Ist ja jetzt nicht so schlimm Nico, dich die Kugel ist sofort reingehört Echt? Das ist crazy Aber es bitte wirklich nicht bewegen Ich hab's einmal, glaube ich, so gesagt Oh, hab ich wieder vergessen Niesmal eine Nachricht Gerne auch rum, meine Freundin Ich hab Gesicht verletzt Und war im Krankenhaus Oh, das ist von mir nicht zu hören Geht es aber wieder besser Meine Freundin in der Sonne Das war doch blau Boah, für mich sah es aus wie grün Oder ich bin farbenblind Das lieb von dir allem Jetzt mein Freund Aber ab und willkommen auch dem Wie geht's dir? Ist nicht schlimm, Edgar, mein Freund Das sah für mich Eindeutig aus wie grün Okay, ihr beide könnt jetzt Ein Duell machen Beide mal bitte eine Mode Links ist eins Ich zeig euch gerne auch was Eins ist, nochmal Und rechts ist zwei Bitte nur nicht Wirklich nicht weggehen Von da Das ist eins Und das ist zwei Welchen findet ihr besser? Türkis Oh Das war Türkis Ich würd auch sagen So Türkisgrün wäre das Jetzt bin ich nicht Weil die so hard ist Aber der Hardis war leider ganz grün Hast du vielleicht in Zukunft Bock mit mir Krass in die Hand Zum Preis Können wir schauen, Mikey Aber ab und willkommen Swim Wie geht's dir, Freund? Ich weiß auch, dass du englisch Hast du? Wie geht's dir, mein Freund? Es war blau Echt? Für mich sah es aus wie grün Na, bist du schon, Layla Ich drück dir die Daumen Aber wie gesagt Das ist eins Und das ist zwei Dann tut es mir leid Es sah für mich echt aus Wie grün Muss ich zugeben Entweder es ist grün Und du veräbstst mich Oder ich bin farbenblind Aber freue mich, dass dir gut geht Mein Freund Für mich sah es echt aus Auch wie Türkis Deswegen habe ich so gefragt War gar nicht Ich fand auch nicht Ich fand es auch nicht blau Ah, GG Eins hat gewonnen Schade, RGG Das ist lieb von dir Ein leckes GG an dir Ah, schade dir RGG an dich, Leo Meine Freundin Captain Smiley Noah, Abend Willkommen auch dir Wie geht's dir, mein Freund? Freut mich, dass englisch Marco, Abend Willkommen auch dir Wie, Marco Wie geht's dir, mein Freund? Ich freue mich auch, dass du da bist Jetzt gern bei den beiden Skins hier Aber wie gesagt Von Leuten, die nicht weglaufen Das ist immer mega korrekt von denen Hast du Herzsmiley? Die habe ich nicht War wirklich blau Echt? Ja, bin ich leider blind Dann tut es mir leid Für mich sah es Wie, sah es komplett aus Wie so ein Neongrün So ein Türkisgrün Aber freue mich, dass es mir echt gut geht Echt? Ach, Julian, Leo Welchen findet ihr besser? Das ist eins Und das ist zwei Das war blau Ah, dann tut es mir leid Für mich sah es echt aus wie grün Ich glaube, ich bin farbenblind dann Muss ich zugeben King, ab und willkommen Ich bin froh, dass auch du da bist Wie geht's dir, King, mein Freund? Ich freue mich auch, dass du hingeschaltest King, mein bester Freund der Sonne Zwei? Links eins Rechts zwei Was sagt ihr gewinnt? Jetzt bin ich mal gespannt Da ist dir zwei Also das ist zwei Und das ist eins Ah, wie geht's dir, mein Freund der Sonne Lieben King? Machst du den Herzen-Mod Als du bennst, Kind? Ah, klar, ich fand den süß Kann ich so runter Können wir gerne schauen, Ben Gleich, mein Freund Können wir bestimmt gerne machen Darf ich das Thema sagen? Können wir gerne schauen, Leo Meine Freundin Wir können gerne alle gleich ein bisschen abstimmen Zwei besser Da müsst ihr für zwei abstimmen, meine Freunde Warum sagt die Abstimmung dann eins? Ich guck mal gleich, wer gewonnen hat Nein, es hat aber nichts Blaues Und nichts Rotes Wie gesagt, ich lasse euch da entscheiden Was ist, äh, Wertet-Code Schreibe ich gleich sofort rein, Noah, mein Freund Kommt gleich rein Ihr wisst schon, dann müsst ihr aber für zwei abstimmen Kannst du den Motschern Kann ich gleich gerne machen Müsst ihr aber suchen Hätte ich jetzt nicht Jemand schließt die ganze Zeit irgendwas auf Ist schon nicht schlimm Stört ja nicht Mir geht's auch ganz gut Dank der Nachfrage Arnie, Arben, willkommen zu meinem Freund Dass du wieder da bist Wie geht's dir und Lara? Meine Freundin der Sonne Gut, mir geht's auch ganz gut Dank der Nachfrage Das ist eine Tasche Okay, ich bin W Du bist ein ganz großes W-Fili, mein Freund Lass uns mal gucken Ich kann's nicht verstehen Zählt auch immer ein bisschen Kombo und Farben Aber warum hat dann Warum hat dann zwei gewonnen Warum hat eins gewonnen dann? Wo geht's? Was? Ich freue mich Ah, geht's besser als schlecht Boah, ich kann ja noch Für mich sah es echt aus wie Grün Samstag Fears of Fersen Boah, ich weiß nicht Ob Samstag Am Sonntag am liebsten Trilzeit können bloße Sachen Was sagt Aber wie gesagt Eigentlich hat er echt dann eins gewonnen Weil es Willst du es akzeptieren Oder sagst du eher nein, mein Freund Oder soll ich dich leben lassen Und du guckst nur zu Hier kommst du mal Das Thema Schlimmer Gerne Big Food Du machst ja gleich nächste Runde Thema Aber Wäre lieber ein bisschen andere machst Danach noch eine Skin-Cons-Runde Anni Danach machen wir sofort Kasten-Gaps wieder später Aber wir machen noch eine Skin-Cons-Runde Aber nur noch Essen Ja, schau mir gleich gerne rein Ja, zwei von uns Ja, hat er eigentlich recht Wie gesagt Er hat echt eigentlich Eins der Abstimmung gewonnen Danach eine Wie gesagt Eine Skin-Cons-Runde Und später machen wir Kasten-Games Hier, du kriegst den Fischi Du bist aber leider raus Äh Ja, es tut mir leid Stellst dich dann einfach Auf die Krone in die Mitte Dann die Krone Und da stehen bleiben, bitte Ich töd dich nicht Es tut mir zu so leid Die war echt stark Ich würde sonst Beide mitmachen Aber okay Gerne, du kannst Beides machen Hast du es nett mit dem Blue Habe ich gesehen Das sah echt Schübsch aus Okay, machen wir es Bei den nächsten Jetzt ihr beide bitte Und jetzt wirklich auch Bitte abstimmen Aber wie gesagt Anni, kannst du gerne mitmachen Wenn du möchtest Meine Freundin in der Sonne Bist du natürlich herzlich willkommen Tanzen bitte Kannst du auch gleich In den Short reagieren Kann ich gerne mal gleich gucken Aber Willkommen mit dem Wie geht es dir Ich glaube Amina ist noch drin Echt Das freut mich zu hören Anni Das ist echt lieb von dir Wenn du raus bist Kann ich schon noch leben Ja, ihr könnt nur dann in die Mitte gehen Natürlich Hütte ich mich nicht Ich habe gerne auch Rostar Meine Freundin Das ist mein Favorit im Mod Echt Das Der ist auch echt hübsch Der ist auch süß Hatte echt Mühe gegeben Schade Felix Ich habe es echt gesehen Ich fand Deinen Tanz fand ich auch Bisschen besser Aber ich weiß Ich lasse den Chat entscheiden Ich denke Deswegen habe ich dich da Leben Bitte nicht Komm Bleib mal bitte Ich hütte dich nicht Gerne Felix Mein Freund Felix Alter Eins war ja auch nicht schlecht Eins Eins ist rot Und blau Okay Erstens bewerten dann Gewonnen hat Diese Runde Ist unentschieden Stark Ole Abend Willkommen Wie geht's Ole Mein Freund Das ist crazy Bitte nochmal abstimmen Ja unentschieden Das ist crazy Wie geht's Ole Mein Freund Milo Abend Und Ole Freu mich Was wir beide auch Englisch Wie geht's Von euch Mein Besten Freund Sonne Die liebe Anni Hat schon 200 Points Das ist crazy Hast du einen Freund Nein 2 Crazy Aber ich würde mich freuen Für dich Darf ich zu Aber bitte nicht zu mir kommen Weil am Ende verwechse ich dich Wer liebt Wie gesagt Wenn man da oben bleibt Ich meine 1 Oh Da guck ich rein Als Eisblau und Rot Bei 2 nur Blau Aber wie gesagt Man muss ja nicht beide Farben haben Hast du eigentlich noch mich als Fan Und ich glaube schon Anni Ich habe eigentlich keinen gelöscht Nein du verlierst nicht Am liebsten eigentlich nicht Felix Wie gesagt Weil dann stehen am Ende So viele um mich herum Ich hoffe Ja ich weiß was du meinst Aber Am Ende geht's dann wieder Round und rüber Und dann töte ich Auf so eine Person von euch Einige zu Pondermilo Mein bester Freund Der Sonne Okay lass das mal Umfrage beenden Jetzt hat 1 gewonnen 2 Soll ich dich töten Oder möchtest du auch In die Krone hinten gehen Echt ich finde ihn cool Alter dann geh mal bitte Da hinten rein Mein Freund Alter dann bleib auch bitte Da hinten Okay jetzt Ihr beide bitte Danke Wolltest du die Tagge Mit mir zocken Oder hat man Einer bekommen Deswegen Echt Eigentlich habe ich nie Aber wenn du willst Wir können gerne mal zocken Also wie gesagt Eigentlich glaube ich Mache ich keine Einladung Aber Aber mir lag das immer Aber wir können gerne machen Anni wenn du möchtest Mir ist das ganz recht Nur wenn du Lust Dann natürlich auch hast Wenn wir beide mal Zeit haben Können wir bestimmt auch gerne mal zocken Welche wird dir besser 1 oder 2 Bei Bock Irgendwie Nicht Skimmix Sack Hier rollt Da geil Skimmix Da können wir gerne mal Offstream machen Wenn du möchtest Aura Meine Freundin der Sonne Wenn du Ich hätte mal Bock Ein Video zu machen Hab einen Freund Echt socker Das freut mich zu hören Für dich Seit wann seid ihr zusammen Können wir mir zu Mitte Gerne gleich sofort Digga Ich frag was Was passiert denn Er kann es gerne mitmachen Sorry ich habe es nicht übersehen Ich habe es echt übersehen Aber wie geht es dir Mein bester Freund der Sonne Kannst gerne gleich Nächste Runde mitmachen Natürlich mein Freund Aber Aura Wie gesagt Wir können auch gerne mal Skimmix da machen Ich kann verstehen Es ist nicht jedermanns Sache Aber wie gesagt Wir können gerne mal zocken Anni Wenn du Lust hast Meine Freundin der Sonne Kann sein Dass ich meine geschickt habe Wüsste ich jetzt aber nicht im Kopf Skimmix Bock Dornstein bitte Ein Versuch Kann man bestimmt später machen Ich hätte auch keine Map Seit 5 Jahren fast Das ist crazy Ich wusste gar nicht Dass du so lange hast Ich dachte du warst Single Und hast einen gesuchter Mein Ah es freut mich zu schillern Dass du schon so lange Mit ihm zusammen bist Das ist schön Aber Anni Wie gesagt Privat immer gerne auch mal Nächstes Thema Schauen wir gleich Gucken wir gleich rein Kannst du Windows Games Auch verlassen Ansonsten Wie gesagt Wir können vielleicht Einmal auch Skimmixag probieren Wenn ihr wollt Erster Kingo Aber wie gesagt Dann gerne auf den zweiten wählen Sybester Boah Er hat seltene Tänze Echt das ist crazy Ist auch ein seltener Skin Muss man zugeben Okay Zwei besser Dann stimmt gern für zwei ab Meine Freunde der Sonne Gewonnen hart Er ist wieder Er ist wieder zusammenkommen Uh Das ist cool Ich freue mich Aber ich weiß Ich finde Zusammenkommen nicht so stark Immer Eins gehen wir bitte In die Mitte Da mein Freund Du hast leider verloren Wo soll ich dich töten Bitte da zu den anderen stellen Okay Dann kommt hier näher zusammen Sag aber einfach Achso Achso ja nicht schlimm Zwei Zwei Nach dem stream Ich mache das Ich bin auch meine Freunde wenn es geht Aber das können wir schauen Ist besser wenn du nicht killst Echt Können wir auch gerne mal so machen Wie gesagt Da müsst ihr euch aber bitte auch dran halten Und nicht weglaufen Habe ich schon einen Umfall gemacht Warte ich mache eine neue kurz Das ist crazy Ich weiß nicht ob die jetzt für die alte noch ist Habe ich kurz vergessen Nachtspinne Aber Nachtspinne Wie geht es dir vor Mittag Dass du eingestellt hast Also okay Morgen wenn du möchtest Morgen bin ich ein bisschen früher zu Hause Weil wie gesagt Im stream ist immer ein bisschen doof Aber wie geht es dir Nachtspinne Ich glaube bist du eine junge Frau Ich komme vielleicht wieder Ah ich sage dazu nichts Willkommen back Max Falls du da bist Hast du Bist du sehr vergesslich Ein bisschen Nein eigentlich nicht Kannst du richtig Kennst du ihn noch Wie geht es so point Hier Nachtspinne Egal Ah passiert dem besten mal Aber freu mich Dass dir gut geht Meinst du mich Sagt meine Freundin Sondern ich bin Zwilling Warte ich schaue mal Ob ich Aber wie gesagt Im stream bitte nicht Aura Aber gerne nach dem stream Wenn du noch Zeit hast Wie gesagt Nach dem stream immer bitte Ist ein bisschen schlecht Ich rede lieber immer nach dem stream Ich bin mal gespannt 1 oder 2 Noch neue Umfrage Echt wollt ihr eine neue Umfrage Habt ihr da ein bisschen reingejoked In der Umfrage Oder was passiert Bin würde Was seid ihr denn für ein Sternzeichen Ist die Frage jetzt wieder Ah freu mich Dass es dir gut geht Ah passiert Wie gesagt Wenn ihr eine neue macht Kann ich gerne noch eine neue machen Ist kein Problem Lina ist Ähm Lina ist Ähm Warte Lina war Lina war Boah Lina Ich glaube es hätte ich mir mal erzählt Sie war glaube ich irgendwie so Krümmelmonster Einfach Jungfrau Achso ist doch auch ein schönes Sternzeichen Ich glaube meine Mutter ist auch Jungfrau Ich glaube nicht meine Mutter ist Jungfrau Was erzähl ich da für eine Kacke Nachtschweil ist alles Ah freu mich dass du da bist Sternbach mein Freund Und freu mich dass es die Nachtschweil gut geht Ne lass so Okay dann lass uns mal gucken Welche gewonnen hat Bin Krebs Hau raus Leo meine Freundin der Sonne Gewonnen hat Erstmal noch nicht Aura Vielleicht später gerne mal Gewonnen hat Eins GG an 2 aber Willst du auch in die Mitte gehen Oder soll ich dich lieber Das ist crazy Dann bleibt mal bitte stehen Jetzt noch ihr beide bitte Bin ich aktiv Ah bist schon ein bisschen aktiv Auch Krebs Uh als Sternzeichen Hast auch ein cooles Sternzeichen Aber ist eigentlich Aber von euch ist keiner Zwilling oder Der liebe Rimuru war wieder Allah ist keiner Zwilling Schade Ich dachte vielleicht finde ich Eine gleiche Person Bin Löwe Fort Abend Was geht nicht für mich Wie geht es dir Lord Fort Mein bester Freund der Sonne Ich freue mich auch Dass du eingeschaltet hast Bah Ah Steinbock Nein Du bist einfach ein Steinbock Du siehst so aus Wie ein Steinbock für mich Du bist der liebe Lord Rimuru Steinbock So Ich nenne dich ab jetzt Steinbock Ich weiß nicht wie Ich habe ganz nett überlegt An einem Irgendwas Irgendwo lustig Bist du das da Leute 1 1 oder 2 Jetzt bin ich gespannt Jetzt bin ich gespannt Was ihr votet da Niko Ja bist du auch noch Ist ja Ist ja Einfach nur als Sternzeichen jetzt hier Nein Rimuru Ich habe dich doch lieb Mein Freund Okay Wer hat denn hier gewonnen Lass mal allein Blüschauen Ey Nico Was gibt es dir Um meine Freundin der Sonne Okay Gewonnen hat hier Jetzt wirst du mir Irgendwo mal gespannt 1 hat gewonnen Hattest du dir an 2 Gerne in die Mitte gehen Mein Freund Okay Ich hoffe ihr beide habt Noch einen zweiten Emote Äh warte Falsch Gerne den zweiten Emote machen Ah nicht schlimm Ich habe dich trotzdem lieb Mein Freund Äh die Skin-Control ist vorbei Ist jetzt das Finale Grab meine Freundin In der Sonne Wenn ich Nachtspiele Äh Nicht die kennt Ist ja Trotzdem Ist auch ein schildes Sternzeichen Kannst du jetzt Mein Lobby bei Am liebsten nachdenken Wenn es geht Können wir noch eine Runde Gerne wir machen noch eine Runde Ist kein Problem Äh Falsch Mein Freund Guck mal bitte Gerne gleich sofort Ich bin gespannt Wer gewinnt jetzt 1 oder 2 Jetzt bin ich gespannt Mitte gucke ich gleich Gerne sofort mal Meine Freundin In der Sonne Ich mache nur kurz Das Finale vorbei Gewonnen Ja Gewonnen Hartz 1 hat gewonnen Das ist hier der Gewinner DG aber auch an 2 Echt Ah brauchst du nicht Lieb von dir Gerne Also ich mache es nur für euch Ich hasse eigentlich echt Skinkontest Adjianne lieben 1 hier Mein Freund DG an dich Kimme Custom Games Ich bin Custom Games Echt Wir machen noch eine Runde Skinkontest Danach gern sofort Custom Games Was für Das ist crazy Die Sieger war noch Ich guck mal gern bitte kurz rein Zeig mal was ihr da macht Kann ich viel Aber wie gesagt Ich mache auch auf Aufhören Vielleicht sind wir ja zufällig Aufhören im Team Das ist crazy Wo fahren die hin Oh das ist stark Aber kommt auch mal Okay dann lasst uns mal Die nächste Runde starten Meine Freunde der Sonne Da bin ich mal gespannt Wer war denn Gewinner von euch Wenn ich mal fragen darf Was Thema Die nächste Runde Ist der Bigfoot noch da Oder weg Werde nicht sein Ah doch Werden wir schon bestimmt sein Ich drücke dir die Daumen Ah nicht Quatsch Der Zweite ist ja auch gut Hab gewonnen Ah der hat leider Der andere gewonnen Du warst leider Zweiter Ich glaub du warst Eins Äh zwei leider Bin noch da Das freu mich zu hören Aber ich weiß nicht wer gewonnen hat Ich hab nicht geguckt Muss ich zugeben Egal in meinem Herzen Hat irgendjemand gewonnen Ich weiß es nicht Moin Meister Carina A Mein bester Freund Wie geht's dir Ich hab ehrlich nicht geguckt Wer gewonnen hat Ah Jaro Warum schenkst du mir was Mein Freund Ah süß von dir Aber hättest du nicht machen müssen Die Mitte war nice Okay Bigfoot Schreib mal bitte Thema rein Was wirklich alle haben Bitte ein allgemeines Thema Bei Football Skin Der war auf jeden Fall auch stark Bitte jetzt ein Thema Was wirklich alle haben Wenn es geht Süß Ja könnte man machen Sommer Thema drin Drin Was ist das für ein Thema Thema Sommer Kann ich dir anscheiden Können wir gerne schauen Abo gleich Boah Da kam meine Seele raus Was heißt denn drin Neon Meister Essen Drip Drip wäre mal ein cooles Thema Also Swag und sowas oder Gesundheit danke Cloud Kann ich nicht so eine Hättet ihr Lust auf so ein Thema Bisschen Drip oder sowas Oder ist das eher so Nicht so süß Code ist Ah funktioniert nicht Muss ich neu machen Code ist Äh muss ich ja gleich reinschreiben Einen Moment kurz 2 1 Äh 2 0 1 2 2 0 1 2 Drip können wir machen Ich glaube Drip wäre ein cooles Thema Einmal Map ist Schreibe ich sofort rein Bin auch dabei Das freu mich toll Süß können wir ja gerne Nächstes Mal machen Einmal Wir machen einmal Runde Drip Wenn es für euch okay ist Code ist 2012 Code schreibe ich sofort rein 2 1 0 2 Wenn ihr Hilfe braucht beim Code Dann geben ich helfe euch immer gern Bitte nur schreiben Süß Wir können auch gerne ein Thema süß machen Hättet ihr mehr Lust auf Thema süß Oder Drip Ich lasse dann Umfrage starten Ah ist lieb von den Bigfootmann Freund Dann machen wir eine Umfrage Kannst ja gerne auch Und dann mit anmachen Oder Drip Lass dich gerne abfragen Äh was ist Drip so cool so Ja so cool ungefähr So eine Art so Swag cool Einfach wie Nico Scream-X-Thema Ja so ist ja Drip so cool Und so würde ich sagen Drip Scream-X ungefähr das gleiche Würde ich sagen Oder sagt er Scab Na das ist die Wahrheit Drip Scream-X alles cool Was für das Gegenteil von Nico Oh Nico sagt Ey was für Handmeer-Gleiter Nein Wir warten gerne auf dich Ja freut mich dass du auch eingeschaut hast Wie geht's dir an vorhin Ich hab kein Thema da vorne Echt nicht Auch nicht süß oder so Ich hab kein Drip Scream Der auch Digga Drip Allgemeinen coolen So ein fresh Outfit da In ungefähr einer Art So wie Nico Fresh cool Nico mäßig Ja genau Gegenteil von mir ist Fett Das ist Wahrheit Wer das hieß von Drip Ah ich weiß nicht Drip bitte Boah Drip ist cooles Thema Auch auf jeden Fall Würde ich sagen Also ich würde sagen Natürlich allein ein W Wenn ihr sagt Der Nico ist auch Drip Der hat ein Drip Der Nico Aber Natürlich jetzt sehe ich halt Die W ist im Chat gleich Hoffe ich mal King Desi Kannst gerne mitspielen Wenn du möchtest Denn der Nico hat natürlich Drip Ist natürlich Die Wahrheit Digga ich sehe halt sofort Dreimal L Das ist auf jeden Fall crazy Das ist Das crazy Das erste was ich sehe Das sind drei L Nicos Das ist crazy L wenn es Das ist was für Das ist nicht So funktioniert das nicht Warum K K Kramberger Freut mich dass du da bist Wie geht es dir Mein bester Freund der Sonne Woher dieses K Auf einmal Oh das ist crazy Süß Wir machen jetzt glaube ich Süß gewinnt sogar Lass uns dann beides machen Ich hätte kein Problem mit beides Ja das ist da Da hat der liebe Mango recht Sollen wir beide Themen machen Weil ich habe auf beides Bock dann Ich habe keinen süßen Skin Lass den Chat entscheiden Ja wir machen gerade ein bisschen Der ist ja crazy Welche Map Mapcode kommt sofort ins Chat Lass uns dann beides machen Ich achte dann beides Dann ein bisschen Okay Dann sind glaube ich Alle zufrieden Drip und süß Könnt ihr entscheiden dann Ich kann ja ungefähr sehen Ob es dann süß oder drip ist Dann beides Das wird schon Wird schon stark sein Ich glaube schon Nein der Cloud trägt sowas nicht Der Cloud trägt keine Skinny Jeans Nein Der Cloud hat mich auch beschützt Ah beides gerne Glaubt mein Freund Kannst gerne eins von beiden nehmen Wie gesagt wenn ihr Hilfe braucht Beim Code eingeben Ich helfe euch immer gerne Müsst ihr nur bitte sagen Ah wird schon Wird schon irgendwie Und Anni wenn du da bist Du kannst ja gerne mitmachen Nein Äh komm sofort 3 Euro meine Freundin der Sonne Das ist hier Mapcode Und Code ist 2012 zum Mitspielen Welche Map Kann ich gerne nochmal rein Tram oder siehst du es Luigi noch mein Freund Wir starren sofort gleich Wir warten nur auf ein paar Leute Ja es gibt es nicht Aber mein Ja du hast recht eigentlich Ja Also ja Ich wollte es gerade irgendwie Schön reden aber ne Kein Problem Ich warte gerne kurz Um meine Freundin der Sonne Aber ja du hast Ja Was haben wir zu sagen Bush Ranger Boah ich weiß nicht Ob der süß ist Aus Drip Blackpink So ne Münze vielleicht Oder Boah ich weiß nicht Ich hätte selbst keine Ahnung Das ist crazy Ne Münze oder So ne Diamant Keine Ahnung So ne Goldmünze Würde ich jetzt sagen Vielleicht Geht Wurde Jade Boah ist süß Am besten Ihr entscheidet euch für 6 Ob süß oder sowas ist Ich entscheide es nicht Süße Skin Ja dann guckt mir gleich gerne rein Ich entscheide es nicht Tipptipp Zu cool Was ist mit Tipp gemeint Also einfach so Was fresh ist Oder irgendwie so Weiß ich nicht Irgendwie eine Art Was Was Ein Vornex Skin Der irgendwie so aussagt Ich bin fresh mäßig Keine Ahnung wie man es beschreiben soll Ich glaube ich würde mich für ein Thema Süß entscheiden Kannst du mal den Mapcode schreiben Gerne Luigi Schreibe ich in den Chat Sofort mein Freund Das ist der Mapcode Also cool Ja so cool in der Art Aber wie gesagt Einfach bitte schon mal starten Ihr könnt auch Auf der Map noch ändern Das ist kein Problem theoretisch Nur dass ihr bitte schon mal Wenigstens drinnen seid Das wäre das Wichtigste Also so ist ungefähr Drip gemacht Muss ich zustimmen Der Nachleistung Gerne Nachleistung kann ich gerne Bestimmt kurz kommen Ist kein Problem Kann ich dich stream snipen Ah bitte nicht Carina Man kann auch nicht stream snipen Wer lieb wenn man es auch nicht macht Bin sicher ich gewinne Ich drücke die Daumen Vielleicht gewinnt es auch Amina Meine Freundin in der Sonne Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen Fisch geht es Zebras Höhenfeuer Ja bestimmt Der hätte bestimmt noch ein bisschen Gold und so Warum denn nicht Muss ich zugeben Jetzt mach ich mal kurz eine andere Musik rein Bin sofort wieder im Stream Gleich da Bitte sag mal Oh was für Nico L Das ist eine große Lüge Trotzdem danke Nachdem live geht Nico Ja gehe ich heute sogar DVD kaufe ich mir gleich gerne sofort Aber Nico ist kein L würde ich sagen Das ist eine Lüge Eine große Lüge Millionär Das ist crazy Warum bin ich nicht so reich Warum meine Freunde Warum bin ich nicht so reich Wäre der Nico Bloß ein reicher Mensch Und dann würde ich Auf den Malediven wohnen Ich will keinen hatten Welcher Tag Ich glaube ich kaufe es mir heute Ich muss mal gucken wann ich das streame Ich drücke die Daumen auch um meine Freunde in der Sonne Sind denn alle drin die mitmachen wollen Oder brauchen noch welche kurz Zeit Ah danke noch für die 5,99 Euro 30 Euro Ja Ja aber Ich arbeite ja auch für mein Geld Der Nico ist ja Hart am Schuften in der Arbeit Und so Morgen Nico Na morgen erstmal noch nicht Bin drin das Fröhnen Tag zu hören Mach wirklich Skrimi Skrimi Gerne sofort Morgen nicht Morgen noch nicht Wir starten sofort Ich glaube es sind alle drin oder Deine Arbeit Ja Ich Hä Na komm Das ist crazy Warum bin ich nicht du Sollen wir tauschen Ich glaube ich meinen Minus nehmen kann Ich glaube schon Nein warte Okay King wir warten noch ganz kurz Dann starten wir gleich sofort Yes sir Yes sir Lass uns gleich sofort starten Meine Freunde in der Sonne Ah wird schon Nimmst du Was für Wann habe ich ihn das letzte Mal freigenommen Außer letzte Woche Hört sich nicht so gut an Warum das sind Meine Freunde in der Sonne Leben ist schön Spaß Ach so Ja Ach schon ein bisschen wenig Nein Deswegen war die Taxi Ist schon auf deinem Reel Auf jeden Fall Aber süß Ja Wie gesagt Skinconcelade Gibt es manchmal so Themen Manchmal ein Themenlader zu rennen Fühlt man nicht so Kann ich auch komplett nachvollziehen Aber wie gesagt Wenn jemand von euch Bock hat VRChat kann gerne später mitmachen Echt Ich sehe auch meine Grundschule Also vom Gebäude Ich sehe halt jetzt nicht den Hof Aber ich sehe das Gebäude Von der Grundschule Von meinem Zimmer aus Ich Na Sag ich nicht Nimmst du Charakter wieder Nur einen Kuss Ich wollte gerade was droppen Aber nee Dann Das ist schon dumm Was ich droppen wollte Wird auf mich wieder rumgehackt Wenn du noch einen Tag Dann ist mein Bann weg Echt Das von mich zu hören Carina meine Freundin Sonne Ich kann die Schule nicht sehen Ich sehe nur das Gebäude Von außen Ich sehe kein Vergessen heute Echt Das Das ist crazy Amina meine Freundin Sonne Okay wir starten dann Ich glaube es sind dann hoffentlich alle drin Ich sehe es wirklich nicht Ich kann von meiner Von meinem Zimmer Aber Auf dem Hof von der Küche gucken Passe ich jetzt noch Das können mit auf Das ist crazy Ah wie gesagt Können wir schauen Warte schon echt lang Kannst du ja Wir starten sofort Hatten wir das Drip Ich würde sagen ja Ich beobachte gar nichts Von nun Wir starten mal Kannst mir ein paar Points geben Kann ich gleich gerne geben Oder später ein bisschen Ich beobachte nichts Außer Fortnite Der hört sich auch wieder Ach komm Kannst du ja Gerne steht da auch Um meine Freundin in der Sonne Ich beobachte da nichts Keine Sorge Schon 30 Stunden Das ist krass Ich will So meinte ich das jetzt auch nicht Gleich 30 Stunden Das ist crazy auf jeden Fall Okay Mod ist da Echt nicht Haben mich alle Mods Allein gelassen Das ist crazy Okay Tut mir leid Alter Okay Ach komm Gerne später Ich komm lange nicht mehr raus Das sind aber alles Lügen hier Das sind alles Lügen Das sind Behauptungen Ich seh halt von meinem Zimmer aus Auf unserem Hof Auf ne Kirche Und auf ne andere Sache Die ich jetzt aber nicht sage Da bin ich mal gespannt Mango schaut schon fast 7 Stunden zu Crazy Und Karina schaut schon fast Ach das ist auch crazy Geh in den Garten Nein Nein Watchtower Ja gucken wir uns die Watchtower an Was gibt's Leo Meine Freundin in der Sonne Es ist kalt im Kindergarten Zu meiner Verteidigung Bin nicht drin Bei echt Auron Warum bist du nicht drin Meine Freundin in der Sonne Ach ich geb dir gleich die Calls Ich bin kein Schwein Bitte nicht die Waffe nehmen Bitte bitte nicht Nicht die Waffe nehmen Bitte Oh Ach schade FPS hat da getrollt Ich hab 2018 angefangen Komm mal der macht kaputt Nicht ich Der macht kaputt Nicht ich FPS macht kaputt Das bin nicht ich Aber wir können nochmal starten Wir starten noch eine Runde Kein Problem Wir können es gerne nochmal versuchen Oh sagt ihr lieber erst mal ein bisschen Custom Games Ich bin nicht drin Er hat eh einer gemacht So ein Fufi Wir machen keine 8 Minuten Keine Sorge Keine 8 Minuten Das ist nicht schlimm Wie gesagt es gibt es immer Leute Wir können gerne noch eine Runde probieren Wenn ihr wollt Der Code ist der gleiche Watch time Ah stimmt Ah die ist wieder zurückgepackt Muss ich machen Kasten Wir machen nächste Runde Kasten gerne Bigfoot Wir versuchen noch eine Runde Sonst Wir machen noch eine Runde 2 Minuten Ja wir warten kurz gerne Der Code ist der gleiche 2000 Was war der Code eben 2012 oder Der Code ist der gleiche 2012 Tim A bin willkommen Wie geht es dir Tim Mein Freund Ja Das ist einfach nur die Waffe Das ist crazy Höchstens Na ich brauche mehr 2012 Danke Leo Meine Freundin Ich brauche mehr 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 Energy Aber ich bin mir gespannt Ah leider gibt es immer ein paar Leute Aber ich hätte eine Idee Leute Ich hätte voll die starke Idee Lass jetzt Kasten Nächste Runde gerne Aura Meine Freundin Wir versuchen es nochmal Ich hätte jetzt die Idee Die Leute Wir können es so machen Die Leute Die Person Ich hätte eine mega geile Idee Sollen wir es jetzt so machen Ich laufe zu Mitte sofort Nehme die Waffe mit Und dann tötete ich die Person Die eben gemacht hat Dass die gar nicht mitmachen kann Gerne Max Ihr kannst gerne mitmachen Mein Freund Und Abend willkommen Wie geht es dir Freunden Was ist das englisch Die Person die uns eben Gestreamsnappt hat Die töten wir sofort am Anfang Oder sagt ihr nein Dann kann die gar nicht mitmachen Und ihr könnt mir ja zeigen Wer das ist sozusagen Ja ich laufe jetzt schnell in die Mitte Code ist 2012 Das schaffen wir schon Ich bin eben auf den hochgeflogen Das ist der Mapcode Und Code ist 2012 Und Dominic Ah bin willkommen im Stream Auf meinem Kanal Dominic Wie geht es dir Freut mich auch Dass du eng gestaltet hast Wir starten jetzt gleich sofort Ja es gibt immer welche Das ist ja nicht schlimm Gerne können wir machen Ah bitte nicht Bitte nicht extra machen Auch nicht du Aura Bitte meine Freunde Nicht auf die Idee kommen Ich mach kaputt Und dann machen wir Katzen Games Bitte nicht nur Okay alle Start bitte Die mitmachen wollen Natürlich auch Äh Thema ist süß Oder äh So Drip Das ist crazy Nicht so bis zum Ende Gibt es nur Points Gerne später Ich muss das gleich Nur gleich gucken Ich hab die Seite Dafür nicht offen Um Points zu geben So gut Lass einfach beides machen Ja wir machen beide Themen Man kann sich eins von den beiden Aussuchen sozusagen Da muss ich zugeben Wird schon cool sein Da sucht man sich Einen der beiden Themen Dann einfach halt aus Ja dann einfach Teenager Das ist crazy Ich bin einfach erwachsen Das bin Coins Äh ich mach ab und zu Verlosung Ich wollte mal den nächsten Einen kaufen Muss ich halt nur gucken Weil ich mal Zeit hab In den Stadt zu gehen So wichtig ist das Wurste gar nicht Dass du meine Kanäle sonst geben Das ist crazy Äh mit Fäden ausreden Nein Ich muss nicht Ich mach das heute wirklich Ich weiß gar nicht Ab wann man Teenager Das wüsste ich Ich kann das auch gar nicht Aus dem Kopf Gut kannst du mich Ester nennen Gerne ich kann Ich kann den Ester nennen Mein Freund Kein Problem Aura Abend Wollt freut mich das Englischers Äh Wie wo soll ich mal reinkommen Zeig ich dir gerne kurz Okay Meine Teenagerzeit Beginnt bald Ab 14 Echt das crazy Ich dachte Ich dachte So ab 12 ungefähr Genau Ihr geht bitte hier oben Alle die Hilfe brauchen Ich helfe euch kurz Und dann starten wir sofort Nicht schlimm Carina Freundes da bist 13 Crazy Ihr geht bitte hier auf die Lupe drauf Alle die mitmachen wollen Gebt hier bitte den Code ein Zum Mitspielen Und sucht die Map Äh was spielen wir Du Äh maxipiere ich hier dieses Map Danach spielen wir gerne Bis in eine Runde Du's oder so Kannst bitte Luca Gerne Luca nenne ich dich Mein Freund Ich weiß den Namen sogar noch 13 Nee 12 Boah Digga was für 6 Ich hab Äh 2018 angefangen Dominik Und jetzt Seit dem 14.11.2020 Zieh ich wieder richtig durch Wie gesagt Ich bin täglich live Wenn dir mal langweilig ist Du bist immer willkommen Wir machen oft Fortnite Zwar nicht immer Aber wie gesagt Kannst du immer mitmachen Wie geht's dir Und lieber Aura Freut mich sehr Dass wir bald eingeschaltet haben Wenn ihr Hilfe mitmachen wollt Gerne Äh Hier Lupe Den Code eingeben Die Map aussuchen Code und hab Äh Kein Screen leider Achso Code ist dann 2012 Und wenn ihr die ausgewählt habt Geht ihr hier unten Benutzt an die Schüssel Und gebt hier den Code ein 2012 Geht hier hoch Und guckt bitte Öffentliches Match Muss das sein Und dann startet ihr Jetzt ziehst du durch Auf jeden Fall Natürlich bin ich ein Teenager Dann fängt meine Zeit an Ich bin dran Platin 3 glaube ich jetzt Aber bitte Starten Hab nicht viel Teil Aber gerne wir steigen jetzt sofort Ich bin Platin 3 Dominik glaube ich Muss ich zugeben Okay starte Ich hoffe es sind alle drin Die mitmachen wollen Die Leute die nicht drin sind Wir machen danach gerne Custom Games Das freuen wir natürlich sehr Bitte nicht die Waffe nehmen Bitte 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 Doch ich bin Teenager Im Herzen Im Herzen bin ich ein Teenager Kann ich gerne mal gucken Du nährst noch nicht Aber wie gesagt Reaktion mache ich vielleicht erst später Jetzt erstmal noch nicht Kannst du Scrimix Suchti nennen Scrimix Suchti Was ist das denn für ein Name Gerne wenn du möchtest Ich bin im Herzen 40 Ich bin nicht 40 Im Herzen musst du weiternehmen werden Nein Ist nicht schlimm Max Du musst dich dafür nicht entschuldigen Das wollen wir nicht hören Dass du drin bist Auch um meine Freundin in der Sonne Aber wie gesagt Wenn ihr mal nicht da seid Ihr müsst euch auf jeden Fall nicht entschuldigen Niemals da Wie gesagt Es ist ja auch keine Pflicht hier zu sein Nur wenn ihr Zeit habt und Lust Ich bin Ich bin keine 26 Ich bin 19 Ich bin 19 Ja Bitte doch nicht die Waffen nehmen Alles süß der Skin Ich will Ich will den ausmachen Ja war ich sogar Das war durch Wir haben uns kennengelernt Doch So ein Ich bin nicht 40 Das ist crazy Ja ich war 19 Genau Das ist ja crazy Das Problem ist Wenn man so viel redet Dann vergisst man manche Sachen Ich musste kurz nachdenken Wie alt ich bin Aber es hat eine Sekunde gedauert Was denn passiert Ist doch immer an der Vorderen der Sonne Hau mal raus Es hat wirklich nur eine Sekunde gedauert Wo ich das kurz im Kopf Realisieren musste Dass ich 14 Äh 19 bin Das kann nichts machen Echt? Warum das denn? Das ist natürlich Anarchy Hast du Offskin? Äh wie meinst du Offskin Wenn ich fragen darf Okay wir haben die Waffen Wisst ihr die Person noch Die eben gesreamt hat Hast? Wenn Blackpink bugged War ich ein Nein Achso okay Ja dann mach kurz Gerne Ah Oh da kann ich Ich weiß nicht warum Vielleicht lädt das ja bei dir noch Bitte alle vor mich hinstellen Die ist weg Achso Da hatte die Person Ach schade FPS Achso Zack Bitte hier alle vor sich hin Wieder hinstellen Ist nicht mehr drin Das ist crazy Die Person ist einfach durchgezogen Nehmen Trip und Flogen Und rechts Auf dem Weg Zug da raus Oh Simulation Hast du jetzt Schlimmer getan Oder nicht so Ich hoffe mal nicht so Bitte hier alle bei mir aufstellen Hier um mich herum Hier bitte alle bei mir Hast du Offskins? Ah wie meinst du das Offskins Wenn ich fragen darf Das verstehe ich die Frage jetzt nicht so ganz Bitte dann hier alle hinstellen Hier bitte alle hinstellen So Okay ich zäh Ich geb euch jetzt bis 19.15 Uhr Zeit Und dann wenn Äh Welte die nicht hier stehen sind dann tot Okay Ne sagen wir 19.15 Uhr zu lang 19.13 Uhr 19.13 Uhr Zeit Und dann alle die nicht da stehen sind tot Astrid von der MaxRP mein Freund Alleine da vor so einem Spinn stehen Bitte nicht vor mir Nicht vor mir Hier vorm Spinn stehen Hier bitte Hier Jetzt haben wir 14 jetzt Alle die jetzt nicht bei 14 hier vorstehen Und auch bitte nicht da hinten Wo läufst du denn hin mein Freund? Okay Alle die jetzt da nicht hier stehen Äh bitte Ach Komm Jeder bitte an einem spinnt Okay ich warte bis 14 Ich lass euch einfach machen Alle die nicht hier Äh da stehen sind tot Bei 14 gleich Lass uns mal kurz warten Ist einer drinnen Da ist keiner Da ist jetzt Okay Ich sag's euch nochmal kurz Alle die bei 14 nicht alleine hier stehen Sind tot Alleine an einem Spinn Nur eine Person hier Als kleine Info nochmal OG Ah ich hab Blaumütze Also wenn die als OG zählt Muss ich zugeben Ist einfach ein Ball Ich bin von der SPA Ey was sagst du Ich bin nicht 14 Ah ich werde nicht 40 wäre Dann dürfte ich doch streamen oder nicht Boah denke ich falsch Ja ich hab Blaumütze Würde ich sagen Wer kommt der Skin auf einmal Okay dann fangen wir gerne mal an Boah ich würde sagen Der Skin ist mehr süß noch angerehnt Aber hat auch bisschen Zweck Wegen dem Teil da hinten Ah es kann weiter gerne Achso Ist die Stimme Ah es liegt wenn man wechselt einfach Boah der Skin würde ich sagen Zählt noch als Zweck Allein die Spitzhacke ist geil Mit den Diamonds Kann weiter Ich weiß nicht Ist der Skin Zweck Der No Skin Was sagt ihr dazu Ich bin nicht 40 Würde ich ja sagen Der ist Zweck oder er nicht so Das ist eine gute Frage Übel Zweck Der ist Zweck Nur weil es ein Mädchen ist Mit dem Auto hinten Okay dann kann der gerne mal weiter Und süß Achso Der ist süß würde ich sagen Der kann weiter Spitzhacke bitte Gerne danke Set Der ist in der Set hier Also ich meinte die Spitzhacke wahrscheinlich Oder Ich hab Urge Skins Dominic Mein Freund Ich hab Blaumütze und so Also Season 4 hab ich Bei einer anderen Set Das ist crazy Er ist echt crazy Er ist echt crazy Aber nicht immer Meinst du Gibt es auch schlechte Tage Kommen die nicht weiter Sagt ihr Was sagt ihr Raus oder Darf der weiter Ich glaub Das ist kein Set Oder Ich weiß nicht Banane Banane ist eigentlich Die Banane Raus Echt Dann tut es mir leid Banane Aber die zieh an dich Ich hab Urge Skins Dominic Mein Freund Ah die zieh Tut mir leid Ah ich wollte auch nicht töten Nein Banane Es tut mir leid Du solltest Jetzt ja Mitte gehen können Ich wollte nicht töten Ah es tut mir leid Ich hab's vergessen Felix Banane Bist du noch im Chat Wenn ich fragen darf Kann ich dir was Entschädigungen geben Wenn du möchtest Ja ich würde Gern Da können wir gleich Gern schauen Ja ich bin 19 Nein es tut mir echt leid Am Banane Du bist noch da Es tut mir echt leid Mein Freund Ah ich würde sagen Er ist cool Mit Bananen Es tut mir echt leid Ich hab vergessen Man sollte ja mitmachen Wer von euch war denn Banane Darf ich die Skowl Habe Ey ich bring der Skin Euch das nicht Ihr könnt keine töten Ah süß der Skin Ah es tut mir leid Wer war denn die Banane Wenn ich fragen darf Ich war die Banane Jetzt aus dem Shop Aus dem Shop nicht mein Freund Du kannst gern Point and Points bekommen 1000 Points 100 Points 1000 ist ein bisschen zu viel 100 Points Und du fühlst dich wieder besser Versprochen Ah Dominic Hast was das du für Skins Welche ich mal fragen darf Nicht traurig sein Aber wie gesagt Meine Lieblingsskins sind aber Ehrlich gesagt Ich find die OTs Nicht alle so cool Ah danke Weil er ist auch süß der Skin 100 Points 1 Million Points Übertreibt Ah ist cool Das ist sogar zu Herzen Genau mein Trick Ich weiß nicht Ich fühl den Rucksack Irgendwie nicht so Muss ich dir zugeben Kann's gern bitte gehen Diesmal vergesse ich das nicht So ich töte nur Lieber Mitte Ich hab eine Katze Und eine Schildkröte Ich hab eine Banane Mit dem Battle Pass Na Tod sein Ehrlich Okay Halt dich dann dich mein Freund Warum denn tot Wär ich fragen darf Ich weiß Hab die Rückseite Gleich nicht so gefühlt Das ist die Banane Shit zu 80 Crazy Ah das Oh mein Gott Das ist ein geiler Kombo hier Muss man zugeben Das würde ich auch noch Als Zweck glaube ich Durchgehen lassen Oh das ist zum Echtleid Meine Freunde Das ist zum Echtleid Äh ja Hab ich Dominik Katze und Schildkröte Also eine kleine Britisch kurzer Und eine Was ist das Schwarzer Schildkröte Hab die Haustiere Ist das Gehört Gehört der als Zweck Ich weiß es nicht Ist das Zweck Ich glaube er nicht Oder Set Darf ich die Scar Kann mir gerne gucken Aber wie gesagt Bringt die Waffe aber nichts Aber gut Zubesserung Okay Ich hoffe das ist nicht so schlimm Schade Ja schade Ich fand den Rucksack Nicht so cool Set Ah schade Du kannst gerne Mitte gehen Wenn du möchtest Töten oder Mitte Wie gesagt kannst gerne Du entscheiden Mein Freund Dann bleib Bitte bleib auch in der Mitte Aber stehen Swag 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 Ja was ist das Kein Rucksack Uh Gerne in die Mitte Mein Freund Gerne da in die Mitte gehen War hier nicht ein Skingrad Auch kein Rucksack Uh Cloud In die Mitte Gerne mein Freund Ich töte dich nicht Kannst gerne in die Mitte gehen Kannst gerne in die Mitte gehen Mein Freund da Smash Ah gut Du bist so Natürlich gerne Wollkuss Gerne Aber wie gesagt Ich mag gleich Aufhören auch Sonst können wir gerne mal privat reden Das ist eher Boah Wie viel Ist die Rasselmango Das ist ja crazy Das ist ja ganzer Zoo da Ah die Gerne nicht Klaut mein Freund Bitte da näher aufkommen Hier Hier bitte näher ran Ich merke schon Cloud mag die Modus Glaube ich nicht Komm mal bitte Alle hier näher dran Also hier so näher Da zu den Hannover rutschen Da hat zwei Hunde Eine Katze Drei Hühne Ein Krokodil Ein Krokodil Das ist das Cap Glaube ich Das Dickel Cap Was gibst du hier Meine Freundin Sonne Nicht draus wegen Fischi Fischi ist leider schon raus Was Aber bitte hier näher kommen Bitte hier so auch näher Okay Du bist Du bist schon raus Glaubt mein Freund Du bist schon raus Mein Freund Nein 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 Du bist schon raus Nicht rein murgeln Echt Boah dann geh lieber Da zu Art Nicht trau ich dir Du bist raus Mein Freund Okay Ich geb euch jetzt Bis 21 Zeit Rutscht bitte Alle hier nah auf Zueinander Alle hier nah Aufrutschen Bis 21 Die Scans Hier bitte Von da hinten Komm mal bitte Alle hier näher dran Max Fische Ja Fische sind schon Süße Tiere Bis 21 Stellt euch bitte Hier so auf Hier Neben mich Ab hier neben mir Da neben mir Hinstellen Ich glaube Ich glaube die Mein Freund Nicht da rumlaufen Geh mal bitte Da weg Da hinten In die Mitte 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 für dich Ich habe Hab blues Gehilfe Echt Das ist natürlich Anarchy Bist du noch drin Hast du natürlich Anarchy Cranberger Ah Fische sind lecker Kein laut Platz Hast du Okay Dann bist du gleich Sockig Ich drück dir die Daumen Dass es nicht so schlimm Ist Das ist crazy Was der liebe Mango Erzählt Okay Lass uns die Umfrage starten 1 oder 2 Wem findet ihr Besser Boah Das sind beide Gute Modes Muss man diesmal Sagen 1 2 1 2 Das ist eine crazy Frage Cranberger Ich glaube heute Nicht mehr Leo Meine Freundin In der Sonne Ich mag Skinkunst Ich möchte auch Nicht mehr Ich würde am liebsten Die eigentlich auch Schon auffüllen Kann ich gleich Gerne machen Dominik Wenn ich euch ehrlich Bin ich würde Diese Skinkunst Runde extra Ich würde einfach Lieben gerne Kassengames machen Am liebsten Aber ich ziehe die noch Kurz durch Ich mag das echt Nicht Ich Das ist ja crazy Warum soll ich Die mich in der Schule anschauen Gewonnen hat 1 Die Gioban 2 Kannst gerne in die Mitte gehen War ein cooler Emote Aber der andere War auch echt stark Muss man zugeben RG an dich Auf jeden Fall Der blaue Fisch Echt Ich weiß gar nicht Was er zu sagen hat Der blaue Fisch Echt das crazy Das crazy Crazy Kramberger Okay Wer gewinnt da 1 oder 2 Das ist hier 1 und das ist 2 Klaut mein Freund Ah das ist ja gar nicht Klaut Zerjano Die machen heute echt nicht mehr Schon zweite Runde Ja leider Ja für heute Okay 1 ist wie gesagt Da und 2 ist da Ask crazy Kramberger Welchen findet ihr besser Bewertet gerne Was für arme Mädels Ich sage so als ob ich Ein Schwerverbrecher wäre Woher kommt dieses Auto Bitte Okay Lass uns reinkommen Hier gewinnt dann Okay ich töte jetzt gleich Die Leute die hier rumlaufen Noch einmal rumfallen Und dann bist du tot Gewonnen hat 2 Die Gioban 1 Bitte in die Mitte gehen 1 Geh bitte in die Mitte 1 Mein Freund Danke Wie saß du noch Ich hatte Du noch wegblicken Echt Ich habe nur einen raus Ja du hattest Da zu spät Einweg von Mein Freund Ich weiß dass du Erstmal noch keinen hattest Und hast dich da versteckt Deswegen töte ich Am liebsten Okay auch Nein Ah wie gesagt bitte nicht Der arme Nico Der braucht Konzentration Bei Skin Contest Das ist nicht gut Ihr müsst wissen Mein Kopf arbeitet nicht so schnell Ich bin nicht pervers Okay 1 ist wie gesagt Das da und das ist 2 Wem findet ihr besser 1 ist zu süß Und 2 ist das Ich finde Playstation besser Muss ich sagen Was findet ihr denn besser Haut gerne mal raus Xbox oder Playstation Das würde mich interessieren Natürlich Ich muss nicht das hören Ah es zu mir Hatten Weg vor Wie gesagt Ja Ist ein bisschen anglickig laufen Aber bitte trotzdem Nicht vor mir laufen Das ist immer ein bisschen doof Weil wie gesagt Ich habe mehrmals gesagt Bitte nicht vor mir laufen Die Giabahn 1 2 bitte in die Mitte gehen Könnt ihr bitte aufrucken Ich finde Playstation auch geil Ernst bin ich Das ist Playstation Ich würde sagen Playstation Könnt ihr mal bitte Hier näher kommen Okay danke Dann hier die beide bitte Welche findet ihr besser Maxi Aben Willkommen Wie geht's Wie geht's Wie steht's Hier mein Beste Freund der Sonne Ich finde Playstation Besser Muss ich sagen Wir machen Ich habe keine Lust drauf Skinkontest Ist das crazy Wieder Das ist wirklich crazy Ich habe echt Keinen Bock mehr Auf Skinkontest Also wirklich nicht Ich finde den cool Muss ich sagen Carina Mein Freund Ich finde Delta Am besten Delta ist auch cool Ah heilige Kacke Echt Na ich weiß nicht Ich weiß irgendwie Seitdem das irgendwie So ist mit dem Ich weiß ich finde irgendwie Muss ich zugeben Die nicht so cool Xbox Darf ich mitreden Skin ändern Oder Ey komm und bitte lassen Bitte in die Mitte gehen Eins Also ich stehe auch an dich Schade Ist das Skin nicht draußen Der eine hier Eine kurze Frage Ist das Skin nicht draußen Der schwarze hier Der Typ auto nervt Der ist doch draußen Oder nicht Ich weiß es jetzt nicht Das habe ich jetzt zum Beispiel Schon vergessen Der ist da draußen Oder nicht Eine ernst gemeinte Frage Der ist doch draußen Der hat doch verloren Das weiß ich wieder Und warum läufst du jetzt Hier bitte Geh mal da hinten Wenn du nicht drin bist Gerne gleich auch Meine Freundin Warum stehst du in der Mitte Okay Jetzt gern hier Die beiden Aber warum die können Weil ihr mich verwirrt Mein kleines Gehirn Äh verkraftet es nicht Wenn da ganze Zeit Leute rumfahren Die schon draußen sind Das geht in meinem Kopf Nicht rein Aber heute bitte nicht Nochmal Bigfoot Ich mag die Modus nicht War auf Kammern Echt Maxi Das ist crazy Ich dachte du stehst Ja nur Bist du mich zu ärgern Gerne gleich bisschen Dominik Ich möchte diese Runde Schnell zu Ende bringen Können wir nicht einfach sagen Alle haben gewonnen Die hier noch leben Aber liebsten jetzt bitte nicht Können wir nicht sagen Vielleicht wir haben Gewinner Alle haben gewonnen Die hier noch leben Ach man Bei mir warst du schwarz Geh kurz erst Lass dir schmecken Bigfoot Darf ich die Gerne Du darfst die Waffe haben Wenn wir die Runde beenden dürfen Oh wollt ihr noch weitermachen Minecraft kommt Der nächste Mal Müssen wir noch mit dem Server machen Gerne gleich vielleicht Darf ich dich Gerne damit gleich Ich habe gegessen Kein Problem Andi Ist doch nicht schlimm Was gab es denn leckeres Zu essen wenn ich fragen darf A2 bitte in die Mitte gehen Wow ich habe echt Na man Ich mag das nicht Der Modus ist doof Leider schon Wir machen aber Kasten Gerne gleich Andi Wenn du Lust hast Johannes Abend Willkommen auf Teams Wie geht es dir Okay bitte alle die noch Drin sind Komm mal zu mir Alle die noch leben Bitte nur Wie geht es dir Johannes Willkommen auf Teams Oh Leberkäse ist geil Alle die leben Bitte zu mir kommen Bitte alle die leben Nur zu mir kommen Gerne gleich Dominik Ich muss halt nur Pavel löschen Die leben bitte zu mir kommen Fisch ist draußen Das weiß ich auch noch Alle die noch in der Runde Drin sind Fischi bitte Alle die noch in der Runde Drin sind Genau Das ist nicht so stark Nächste Runde Gerne Max AP Okay das sind die Leute Die noch leben in der Runde Oder Dann stellt euch mal bitte Hier hin In der Reihe Hier auf Okay du bitte dahin Ihr vier lebt noch Okay das ist geil Finale gleich Woher kommt der Skin auf einmal Der lebt auch noch Das ist doch der Viertel Stimmt Okay Macht beide bitte mit eurem zweiten Emote Ich hoffe ihr habt Ich hoffe ihr habt einen zweiten Sonst sucht euch kurz einen aus Eins oder zwei Zweiter Mode bitte Komm schnell Runde zu Ende Aber Leberküse ist lecker auf jeden Fall Lass dir schmecken Dem noch der Pink ist gehen Ich geb dir gleich Gehe Waffen Echt das ist crazy Gern Ich müsste halt echt Ein paar löschen Dominik vorher Weil ich weiß nicht Ob ich Platz noch hab Am Internet Scheiße Ah ist natürlich Anaki da Fischi ist draußen Ah ist die von Fischi Ist Fischi die Wahrheit sagt Okay Gewonnen hat hier Lass mal Luschan Gewonnen hat Eins Aber die Chians zwei Das war echt knapp Muss man sagen Zwei bitte gehen Okay Jetzt hier Ihr beide bitte noch Boah Gleiche Skincons vorbei Das ist geil Das ist wirklich ein Befreiendsgefühl Warum seid ihr unter der Map Wenn ich fragen darf Was macht ihr da unten Das ist eine gute Frage Das wieder eins Und das ist zwei Gerne Danach machen wir Carsten Games Meine Freundin in der Sonne Kein Problem Gerne noch Da könnt ihr gerne mitmachen Wenn ihr wollt Gewonnen hat hier Runtergeglitscht Aber warum Das macht doch keinen Sinn Gewonnen hat Oh Gewonnen hat Eins Altigian Eins Eins Wo ist der Wo ist der Skin Der eben hier stand Eins Komm er bitte mit Komm er bitte zu mir Die beiden Gewinner Die beiden Gewinner Okay Wollt ihr einen unentschieden E oder wollt ihr noch Weitermachen Was sagt ihr Unentschieden oder weiter Wollt ihr einen richtigen Sieger Oder sagt unentschieden Da ist der Felder Der Felder ist keine Ahnung Der macht nicht mit Das ist crazy Ist nicht schlimm damit Mein Freund Weiter Das heißt beide wollen weitermachen oder Oder Nicht so Okay Dann folgt mir beide Skins In die Mitte Dann zeigt mir beide bitte euren Gleiter Spray Ah eigentlich Gleiter jetzt Ich bin mal gespannt Was für einen Gleiter habt Lasst uns lieber auf Spray machen Hier gibt es so viele Leute Die reinhüpfen Komm mal lieber raus Hier gibt es so viele Leute Die sonst rumhüpfen Okay Alle bitte nicht mir folgen Nur die zwei Gewinner Die anderen sind tot Die mir jetzt folgen Geht mal bitte alle weg Alle anderen weg bitte Danach kommt du Custom Games Willkommen back Bigfoot Vor allem dass du hier da bist Okay die Sieger Ja Dann töte ich mal die Leute hier In 5 4 3 2 1 Und die letzte Zahl Ist 0 Ich habe gar kein Elb Nein der ist da drin Okay bleibt da drin Dann Okay zeigt mir eure Sprays Das ist Spray Nummer 1 Ne zweit auch mal Da hat jemand Angst Bisschen Ähm ist nicht am da Auf jeden Fall Ich glaube ich mache Den nächsten Aim Assist am Okay Jetzt haben wir die Leute da Jetzt können wir die Runde Ruhig starten Zu Ende machen Das ist 1 Und das ist 2 Zwei hat so ein Goldkoffer Und der 1 hat so ein So eine Frau Ist das in der Art Jetzt habe ich selbst vergessen Bin auf dem Kanal Echt? Dann willkommen auf dem Kanal Wie geht's dir mein Freund Was war nochmal 1 und 2 Ich will diesen Modus nicht mehr Ich habe selbst vergessen Was 1 und 2 ist Ich habe Alzheimer glaube ich Im Frühstadium Das ist crazy Aber bitte nicht zu mir kommen Luca mein Freund Wie gesagt ich habe gesagt Ey bitte die zu mir sind tot Und wie gesagt Ist jetzt eh die Runde vorbei Der warst noch mal 1 Ich sag gar nichts mehr Das ist auf jeden Fall einer Und das ist der andere Warst du 1 nochmal Warst du 1 Ach man 1 war Koffer glaube ich Echt? Das war 1 oder? Digga ich habe Nein das ist fies Ich habe mir da gestanden Echt? Ich dachte Ich dachte du bist zu mir gekommen Dann tut es mir leid Luca mein Freund Eine Runde ist eh vorbei Wie gesagt bitte nicht sauer sein Da Aber willkommen auf meinem Kanal Mäßig Ich freue mich sehr Das englisch Danach machen wir ein bisschen Kass Und erst wenn du den Bock hast Lost Abend willkommen Wie geht's dir? Die bunte 1 Okay das ist 1 Und das ist 2 1 2 Jetzt ist es mir wieder eingefallen 1 2 Wie geht's dir aus Mein bester Freund 1 1 2 1 2 1 2 1 Crazy Lass uns nochmal Neue Umfrage machen Kurz Thema war süß Und so Custom Code Können wir gleich gucken Bigfoot mein Freund Ich glaube Nehme ich erstmal meinen Und danach vielleicht später Aber Ganz kurz neu Ich mach jetzt noch eine Minute 1 2 Bitte schnell abstimmen 1 1 2 2 Und 2 Und freue mich sehr Es dir gut geht Mir geht's auch ganz gut Und Mäßig Willkommen natürlich auf der Kanal Wenn du noch da bist mein Freund Wenn du Bock hast Gleich Kasseln geben Dann bist du natürlich willkommen 1 2 2 1 1 2 2 1 Das war gerade crazy Wie schnell ich das vergessen habe Gewinner ist Lass uns jetzt abstimmen Gewonnen hat 1 hat gewonnen Jijian 1 Und freue mich sehr Es dir gut geht Aji Janz Den lieben Fischi Jijian dich mein Freund Das hier der Gewinner Kontos 2 Echt das war Cloud Das ist crazy Aji Custom Venates Wir machen jetzt Gang Custom Aji Jijian dich mein Freund Hast gut gespielt Für deine erste Runde Okay dann können wir jetzt rausgehen Endlich weg damit Frei Wir sind frei davon Guck wer eins ist Hab ich nicht geguckt Wer ist denn eins von euch Hab ich jetzt echt nicht geguckt Schade Machen wir jetzt ein bisschen Wir machen Custom Games Bei Tour Real Dominik Wenn du Bock hast Kann mitmachen Boah es ging bitte nicht Scream ich sag jetzt Mango Ich geh kaputt Ich möchte ein bisschen Custom Massen Natürlich zu euch allen Immer Aber gerne Custom Games Code schreibe ich sofort gleich rein Der Code für erste Runde Können wir den Thema egal Keinen Skin Cons bitte mehr Ben Bitte nicht Ich geh kaputt Ich will nicht mehr Ich will nicht Skin Cons Bitte Nächstes Mal Morgen Übermorgen oder so Im nächsten Leben vielleicht Bitte Code schreibe ich sofort gleich rein Gerne können wir gleich machen Er hätte dir Ich glaube erst mal machen wir ein bisschen Oh du es wenn es okay für euch ist oder Hab gewonnen Echt Du bist ja nicht King Ich hab natürlich Insta Wenn ihr wollt könnt ihr mir da folgen Aber rank it aus Muss man ausmachen Zack Ready gleich Code Oh da bin ich mal gespannt Natürlich wie gesagt ihr könnt mir auf Insta schreiben Discord Snapchat Überall Machen gern ein bisschen Doos dann wenn ihr wollt 2023 Und dann hier Code ist 22 Funktioniert der Code Lass mal gucken Wie wir die Bilder sehen Ich hab sogar ein Bild von mir hochgeladen auf Insta noch Muss ich zugeben Dann seht ihr sogar mein Gesicht Genau Code 2023 Du bitte Ohne Braum können wir bestimmt gern auch später machen Später machen aber es Äh gern bestimmt mal Luca mein Freund Ich mach aber im Stream immer eigentlich nur auf Auffüllen Ich schreib gern aber wie gesagt N War das mein Insta? Wann ist Stream vorbei? Boah muss ich schauen Dominik mein Bester Ich weiß heute nicht wann ich beende Doch Mod ist schon da Da wird gleich einer da sein Das ist mein Insta Und mein Discord Boah warte muss ich gucken Discord war Nico Punkt Acht 9 9 2 6 Ist DC Das ist mein Oh mein Insta Das ist mein Discord Wie gesagt könnt ihr entscheiden Code geht nicht Echt nicht So mach ich mal anderen Code Ja vielleicht geht er dann nicht Dann lass mich den ändern kurz Der Insta Code Ja Ne Äh Code ist dann Oh ich hab ne Fliege hier Die ist tot 1 6 0 2 Darf ich enden Jetzt kannst du mich gern adden Ich schreib mal ein Epic rein Und Carina dein Code nehmen wir dann gern nächste Runde mein Freund Das ist mein Epic Name Ich muss halt gleich gucken wegen adden Ob ich annehmen kann sofort Aber Code ist jetzt 1 6 0 2 Du es bitte Würde mich freuen wenn ihr mitmacht Wenn ihr natürlich Lust habt Ich glaub 1 16.2 Ich hab eigentlich keinen Gedanken gehabt Muss ich zugeben Muss ich echt zugeben Da wärs wirklich eigentlich kein Hintergedanke So Du hast Trio Ach egal Mann Ja Das wieder bisschen Ritze Ja ist mir aufgefallen Ich möchte nächstes Mal ins Game Pass Können wir gern bestimmt nächstes Mal machen Genau Code ist jetzt 1.6.2 Ja ist mir aufgefallen Ist dem Nico auch aufgefallen Ach man Geht nicht Dürfte jetzt gehen Vielleicht hat es deswegen auch eben nicht funktioniert Weil ich ein Trio hatte Ja es könnte Könnt gut daran liegen Der Code ist 1.6.0.2 Es kann sein dass es daran lag Dass ich auf dem Trio war Katze Gerne Mein Name ist Grimmingsherzeichen YouTube Wie da oben steht Kann ich gern noch Chat schreiben Geht jetzt Das stark Endlich geht's Black Hello Welcome to my friend How are you Können wir nicht so Können wir gern machen Ben Können wir nochmal versuchen Ich hab ne Katze Ja Ne kleine Britisch kurzer Ach komm Es passiert dem besten Mal Es passiert dem besten Mal Braucht einfach eine Hilfe beim Code eingeben Oder wisst ihr wie es geht Meine Freunde der Sonne Sonst helfe ich immer gerne Passiert dem besten Mal Wie gesagt Vielleicht selber bist du Ich bin Level 58 Gerade 100 Team Ah ich weiß nicht ob ich es annehme Ich würde gerne annehmen Ah ich kann Ich hab sogar noch Freiwäsche Wollte die Katze einmal anmachen Wollte ich nicht Hab ich nicht Der Nico ist ein W Und kein L Der Nico ist kein L Der ist ein W Warte ich zeig euch Das bin ich Ja Gewonnen Code geht nicht Eigentlich müsste er jetzt gehen Hast du auch auf Dus Oder starten wir sonst bitte kurz neu Das Das Cap Das Auf jeden Fall Cap Wann werde ich enden werden Mal schauen Carina Müssen wir echt mal gucken Wann wir da Zeit hätten Auch ein bisschen Bei mir geht's Eigentlich dürftest du es gehen Soll ich spammen Nein bitte nicht Warum hast du Der gespam Ah ich weiß nicht Ben war nur kurz Code geht nicht Hast du auch auf Duo Ranked aus Wenn ich mal fragen darf Dominik Mein bester Freund der Sonne Oder noch nicht Weil da müsste es eigentlich klappen Dann dürfte es Oder müsste es Eigentlich klappen Muss ich zugeben Erstmal noch nicht Mal akzeptieren Vielleicht später mal Dann Discord nehme ich sofort an Habt ihr auf Instagram geschrieben Oh Ja da hab ich noch nicht geguckt Guck ich mal rein sofort Habe ich nicht gesehen Meine Fehler Ich werde besser Wenn ich nur spare bin Na das ist crazy Warum nicht 4x162 Mal schauen Kann ich gleich gerne machen Mein Snapchat Boah Nico Warte Gebe ich sofort King Wir starten sofort bereit Ich glaub sind auch alle drin Ich glaub warte ich Schreib kurz mal ein Snap rein Und dann können wir Schlagen gleich sofort Ich kann spielen wegen Essen Die Points Gerne später Gehe ich die Points Wie gesagt ich mach's Bisschen später mit den Points Weil ich kann's halt Geil nicht machen so Gero Abend Können wir warten Gerne auf dich Aber Abend Willkommen Streaming auf meinem Kanal Wie geht's dir Nach dem Stream aber erst Ich hab keine Ahnung wie das geht Kein Problem Ich zeig's dir gerne An alle die Hilfe brauchen Ihr geht mal auf Battorial Duos bitte Bitte jetzt Wir starten gleich Mit Punkten muss ich später machen Wir starten sofort aber gleich Keine Sorge Der könnte mir gerne eine Anfrage schicken Wegen Essen jetzt Achso aber lass dir schnell Was gibt's Leckeres Kannst du mal gleich Bestimmt Werden gleich Karina Aber ich glaub erstmal Aurora Wenn die noch Zeit hat Gerne Vladi Aber nach dem Stream erst Ich hab mir 11 verloren Oh Ich hab Arme abvollzogen Ah es wird schon wieder Nimm an Sofort gleich Mango Ich schau euch gleich immer zu Bitte noch eine Minute Gerne wir warten noch eine Minute Kein Problem Wie gesagt Ihr wählt bitte Battorial Duos aus Geht dann hier runter Ist nur ein Song Naja Aber ja ein Song bedeutet meint er mehr Der Code ist 1602 Gebt dich hier bitte ein Drückt auf annehmen Und dann starten bitte Dann seid ihr drin Nie legal Aber willkommen natürlich Im Stream auf meinem Kanal Wie geht's Der Code ist 1602 Schreib ich gerne in den Chat rein Der Song ist sehr entspannt Echt das freu mich zu Ich find den auch schön Alter der Song ist doch auch cool oder nicht Code 1602 Und nie legal Wie geht's für meinen Freund Sonne Teilt mal Ich start sofort Hab ja einen Nachfragen geschickt Nehm ich gleich an Ich muss ja gucken Wie gesagt Muss man gleich sagen Auch wenn du davon nochmal warst Mein Freund 192 Wie das denn illegal Mein Freund Das ist noch nicht der Code Was meinst du da Du kleiner Verbrecher Aber tun ich's dem Weil ja Die Schatten Geht so voll Wenn alle drin sind Aber durfte eigentlich klappen Dann Der Song ist gerade los Echt so schlimm Ich hab ihn noch nicht gehört Muss ich zugeben So Ich habe ihn noch nichtры토 Wir können auch gleich Irgendwas auslösen Ah ne ich bin nicht zu Kann ich spielen Eigentlich müsste es gehen Nimm es selbst mal sofort gleich mein Freund Pass angenommen Ah durfte eigentlich sein Oh ich drücke dir die Daumen auch rum mein Freund Aber eigentlich dürfte es klappen Dominik Burnpost auf die 1 Echt das Lied hab ich noch nie gehört War noch nie so meins Muss echt sagen Ich hoffe nie muss ich sagen Wie gesagt ihr könnt mir gerne einen Clip schicken Und ich kann die hochladen mit euch da markiert Pass angenommen Dürfte ich gleich guck ich gar nicht mehr rein Bitte mach jetzt wir starten gleich sofort Was crazy Sind denn alle drin die mitmachen wollen Oder brauchen wir noch Zeit Wir starten sofort Armin Meine Freunde in der Sonne Wir starten sofort Ich hab da gar keine Feskill muss ich sagen Könnte ich gerne Würde ich gerne mal vielleicht irgendwann machen Aber hab ich nicht Okay ich starte das Match Ich hoffe sind alle drin Und Dominik eigentlich müsste es klappen Wenn man das einmal neu gestartet hat Nimm die Snap Mach ich gleich sofort Kacke mein Freund Also Karkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark Elbogen, wieviel Oh, da bin ich mal gespannt Ah, nehmt sofort einen Kakerreich, mein Freund Okay, ich kann nicht rein Echt nicht, nehmt Insta an, mach ich gleich sofort Nehmt mich jetzt mal auch sofort an, keine Sorge, mein Freund Ich hab gar nicht auf Insta bekommen Ah doch, zwei Stück sogar Wurde mir gleich angezeigt Hab ich angenommen Sorry, muss los Kein Problem, Karina Oh, dann lass sie auf jeden Fall schmecken, da Ich will schon auch einen schönen Abend schlafen Ja, wir starten das Runde jetzt, ich hoffe alle, die sind drin Und Dominik, du leid, sonst gern vielleicht nächste Runde Ah, Italien, ich warte noch ganz kurz Ich starten möchte aber jetzt starten, eine Minute höchstens noch Nimm es nicht, aber nehme ich sofort an, King Ich starte jetzt aber bei Minute 9 Und Italien, ich hoffe, du schaffst das vielleicht dann noch Edgar, wie gesagt, bei Minute 9 bitte Will mir starten Aber dann tut es mir leid, dann alle, die nicht drin sind Fakt, Nico Auf jeden Fall hat er recht zum ersten Mal Ich gebe nicht immer recht, aber da ja Code ist 1602 an die beiden, an die lieben Edgar und die Italienerin Wir starten bei Minute 9 gleich Warte, ich beeile mich, okay Boah, in der Zeit, ich hole mir ganz schnell kurz Wasser Ich bin sofort da, meine Freunde Werde sehr lieb von euch, wenn ihr ganz kurz wartet Ich weiß nicht, ob der liebe Ben noch da ist Aber bei Minute 9 starten, ich hole ganz kurz Wasser Ich bin sofort da Geht aber nicht Dann starten wir bitte kurz 9 Los, mehr werden es nicht Okay, wir starten sofort Ich hole mir ganz kurz Wasser, ich starte dann sofort Ich laufe jetzt, ich laufe sofort Ich bin da sofort Ein Moment Ich bin sofort back Moment, bitte Wasser Okay, ich bin da wieder Lass uns jetzt das Match starten Äh, so Okay, wir starten jetzt sofort die Runde Ich hoffe, alle sind drin Und Dominik, sonst erklär ich es dir gleich nochmal Werde lieber, wenn du sonst eine Runde warten könntest Eigentlich dürftest du sonst kommen Ich hoffe, wenn du neu gestartet hast Oder ranket aus und alles Dann geht es Als nächstes Runde mein Code, please Können wir gerne gucken, King, mein Freund Okay, wir starten jetzt die Runde Tut mir leid, ich wollte mir nur kurz Wasser holen Ich trinke einen Schluck Wasser jetzt Es werden die Bedingungen geben Ey, 10 Minuten, was für Ich starte sofort, ich habe mir kurz Wasser geholt Tut mir leid Mango war das erste Mal im Stream Na, Mango, das kenne ich doch schon, mein Freund Warum geht, äh, Code nicht Ich habe gestartet Echt? Ich habe jetzt gerade gestartet Wo ich bin mal dabei Das ist crazy Das freu mich zu hören Wenn du natürlich Lust hast Das erste Mal meine ich Ah, stark Eigentlich, warum Bist du, also bist du doch nicht drin, meine kleine Italienerin Oder irgendwie doch Wann, ich kann nicht rein Ah Dominik, starte mal bitte jetzt das Spiel neu kurz Weil meinte ich, das ist auch ein Bug, dass man nicht so reinkommt Starte mal bitte kurz das Spiel neu Dann dürfte es eigentlich danach klappen Warte, ich muss Spielzeit wieder gehen Dann dürfte es eigentlich klappen Oh, bin mir Nico, das ist crazy Nö, echt nicht Du hast echt Sneaky zu faul Und in den Stream zu gehen Nein Ich bin nicht zu faul Ich bin hochmotiviert Ich bin richtig dünn trainiert Ich muss meinen Skin zu wechseln Das ist crazy Du bist immer noch der kleine Fischi-Skin Das ist crazy Passiert mal die Besten Boah, ich hab ein bisschen Schluck auf jetzt Ah Dominik, start mal bitte neu Ich helfe dir gleich gern beim Codeine-Game Digga, ich heule Du brauchst nicht heulen, mein Freund Ich helfe dir sofort gleich Es geht darum nichts, keine Sorge Wie gesagt, man verpasst da jetzt nicht viel Wenn du möchtest, start mal bitte das Spiel neu Und spiel vielleicht eine Runde Solo Und danach helfe ich dir gern sofort, mein Freund Viel Glück Ich wünsche euch auch viel Glück Zeig Figur, komm Ah Hab ich doch schon mal Ich kann Okay, ich zeig gleich Figur Da wärme ich auf Das ist auch stark Kann vielleicht der Dominik auch ein bisschen machen Mal bitte kurz Spiel neu starten Und dann ein bisschen aufwärmen Soll ich gleich zeigen, wie ich aussehe, meine Figur Wollt ihr sehen? Meinen muskulösen Körper Ich sag euch Ihr habt noch nie so einen muskulösen Körper gesehen Ehrlich, noch nie so einen muskulösen Körper gleich Ich zeig euch den gleich Real Talk Wann I be able to? Willkommen zu dem Freund aus Davos Wie geht's dir? Natürlich Ich zeig euch gleich Ich zeig euch gleich ein Bild von mir Vielleicht auch wenn ich tot bin Unlucky Ich hat neu gestartet Okay, dann Spiel mal ein bisschen warm Ich helfe dir gleich sofort Eigentlich müsste es danach klappen Mein Freund Dominik Also Spiel, wenn du neu gestartet bist Dann helfe ich dir gleich sofort Wir machen gleich auch einen anderen Codex Dann muss es klappen Ich zeig mich gleich sofort Verspreche ich euch Ja, ich zeig mich gleich Versprochen Echt, ah Hat die Ach, schade Ich wollte eigentlich Ja Adisa lebe ich mal länger Als ich auch um meinen Freund Einmal lebe ich in meinem Leben länger Ich glaube es hat mir auch bis jetzt noch nie Oder? Einmal ein Bild von den Star Echt, ich zeig euch gleich gern ein Bild von mir Keine Sorge Jetzt seid ihr gleich ready Ah, das ist ein bisschen Unlucky gewesen Würde ich mal sagen Mein Mate hat die selbe Strategie Wie ich Lebe noch Stark Vielleicht nicht schafft das Der Mate für dich Mein Freund Schick dir die Daumen Okay Okay, zeig Ja, ich zeig mich sofort Warte 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 Da Warte 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 Ab, das wollte ich nicht verschieben Ups, 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 ups Ich wollte nicht mein Bild verschieben Nein Warte, ich zeig mich sofort jetzt Uno Momento bitte Das war nicht meine Absicht Ups, ups, ups Das bin ich So seh ich aus Ah, das ist schon ein altes Bild vor mir Muss ich zugeben Ah, so sitz ich immer vor dem PC Das bin ich Ich find mich hübsch Muss ich zugeben Das bin ich Ah, ist schon ein bisschen länger her Das war noch Vor Corona Das war hübsch, oder nicht So seh ich aus Seh ich nicht hübsch aus Also, ich helfe dir gestorben, mein Freund Das ist unser Traum Nein Echt Ah, das ist echt anarktig Wir sind Bigfoot Geht's mal Schau Kakao Ah, man gut, dann vielleicht bis zum nächsten Mal War echt cool, dass ich heute da war Es hat sehr viel Spaß gemacht Na, cool, da kann ich gerne machen Willkommen back, so freundlich, dass ihr da bist Okay, ich zeig mal jetzt, wie ich jetzt aussehe Soll ich das echte Bild von mir zeigen wieder Oder sagt ihr nein Willkommen back, so meine Freundin Soll ich das echte Bild von mir zeigen, wie ich dir dann aussehe Tag, echte Figur Ey, ich mach jetzt kein Bild von einer Figur Ey, das ist ja crazy Tag, gewicht Nein, ich hab keine Geht's Er geht Er dürfte eigentlich gehen Nicht so, ne Ich drück dir die Daumen mal ruhig Vielleicht, vielleicht lebe ich ja nicht so, ne auch länger Da macht man Ah, mal schauen, Raffi Aber Abend, willkommen zu ihm, Raffi Freut mich, dass du da bist Wie geht's dir, mein Freund? Freut mich auch, dass du wieder eingeschaltet hast Also, du dürfst ja gehen und Raffi mal schauen Ich weiß nicht, wer das nächste Mal gucken Müssen wir echt mal gucken Hier kommt mein Bein gebrochen Echt, brauchst du mir jetzt hören Da wünsche ich dir gute Besserung Ich weiß nicht, Aura Das ist echt irgendwie eine Gewohnheit Ey, wage schon da Nein, die ist nicht kaputt Das ist eine Lüge Kannst du schon mal meinen Code Ey, King, gerne Warte Oder Erstmal will der Carina versprochen King, Tom, bleib mein Freund Ich nehme erstmal gleich den Code von Carina Warte, ich zeig dann jetzt, wie ich wirklich aussehe Natürlich, wenn ihr jetzt sehen wollt Nur Jetzt bin ich gespannt, ob ihr es sehen wollt Meine Freunde Sonne Jetzt bin ich mal gespannt Da drücke ich natürlich die Daumen Warte, ich bin sofort im Chat Wie ich sehe den kurz nicht Oh, nur Momente bitte Ich sehe den gerade echt leider kurz nicht Ich hoffe, ihr seht mir das jetzt nicht so übel Vererst da echt Na, ich habe echt aufsinnig schon Von Carina schon angepinnt Die macht es nicht von mir Gerne, gucke ich erst sofort rein Lass doch ein Chatfilter auf Alle Nachrichten Und jetzt Community Da So sehe ich in Wahrheit aus Das bin ich in Wahrheit Das ist aber das alte Bild da Das war dunkel Da war nichts vorbereitet So sehe ich in echt aus Das war ein echtes Ich Ich habe das gesehen Figur Wie soll ich Figur zeigen Ich habe jetzt kein Bild von meiner Figur Das bin ich Das bin ich Ja Das ist ein Herz Ja, das bin ich Vielleicht später mal Äh, ja gibt es Dominic Keine Sorge, mein Freund Das gibt es auch für Xbox Da kannst du auch nichts mehr Ich bin 19 Aura Äh, das ist nicht lieb 29 vielleicht Naa, ich bin 19 Das ist doch still Na, äh Hat jemand gefragt Ob man da auch Custom Games Glaub ich mitspielen kann Ich bin 19 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 Jeder hat was besonderes da Geht schon Ja, vielleicht Ich bin elektroniker Für Betriebstechnik Äh, das ist lieb Wenn du mich schön findest Das sind trotz Sankt Für die lieben Worte Da Also Es gibt es Auf der Äh Dings Da Nein Ah schon Team Bitte echt nicht Das hat die liebe Amina Recht Bitte echt Wirklich nicht machen Auch für cool Sachen Bitte, wie gesagt Bitte, bitte nicht machen Ich bin 19 An sich Eigentlich muss es funktionieren Was muss man denn da anmelden Wenn ich fragen darf Wenn das korrekt ist Gewacht Echt Ja, wie gesagt Team ist halt echt schon doof Da hat die liebe Amina recht Ich glaube nicht mal Geteam Der hat sich killen lassen Ich heiß nicht Ach ja Aber wie gesagt Ja Ist natürlich trotzdem doof Wenn man sich killen lässt Team Ed will ja auch gewinnen Eigentlich Weiß nicht Meines Carlos Weil wie gesagt Also Carlo Weil andere Team Ed Möchte auch gewinnen Ah ist nicht schlimm So kann man von Sonne Deine lieben Worte Reichen auch schon Wie kann ich für Eure Krypte überweisen Boah Ich bin los Ehrlich In die Krypte Muss ich zugeben Hey abend Jonas Willkommen Wie geht's dir Mein Freund Wie geht's dir Ja Sehr lieb von euch Kannst du mich jetzt bitte Oh kann ich gleich Gern machen Dominik Wie gesagt Wie war dein Epic Schreib mal bitte Dein Epic rein Kannst gerne gleich Mitmachen Also wie gesagt Wenn du Bock hast Bist immer willkommen Pei mein Freund Wie geht's dir aber Ich hab echt leider noch nie Mit Krypto gemacht Ich würde dir gerne helfen Ich weiß Krypto leider Echt gar nichts Geht's on Ah keine Nächste Runde kannst du Wie gesagt gerne mitmachen Und Dominik Wie gesagt Ich hoffe es klappt jetzt Kannst du bitte Gerne schreib mal bitte Dein Epic malen Muss man nicht auffüllen Oder Du musst nicht Kannst du auf auffüllen Ist nicht schlecht Von euren Pounds Auf Pay Per Hour Oh Echt so hart ist das Sorry hab ich mich verschrieben Ich würde sagen Nicht schlimm Echt das ist crazy Jetzt heißt einer Für 5 Das ist crazy Wir machen noch Nächste Runde Du Es würde mich auch Trotzdem freuen Wenn ihr mitmacht Natürlich Natürlich nur Wenn ihr wollt Muss los Ah schade Ich würde mich freuen Wenn man sich vielleicht Später wieder sieht Ich muss mich irgendwie Überlegen Kann ich nie Das ist crazy Nächste Antwort Nach 4 Stunden Ja wie gesagt Auf Arbeit ist es Ein bisschen schwer Zu antworten Ich kann halt Auf der Arbeit Ein bisschen schlecht Antworten Das bin bei den Chefs oben Und es ist dann Nicht so gut Und ich muss jetzt Abnächst Demnächst Muss ich Auf der Arbeit Eine Mädchen Da ein bisschen Ein Also eine Azubi Ein bisschen Einarbeiten In meiner Arbeit Deswegen Ist das ein bisschen Schwer Deswegen ist das Ein bisschen schwer Heute spiele ich Diffen Echt? Ah ist Diffen So manchmal gut Aha Einarbeit Hab ich gesagt Aber wie gesagt Ich versuche dir Immer gern zu antworten Habt ihr doch lieb Da meine Meine Freundin der Sonne Da versuche ich immer Natürlich auch Habt euch allen Natürlich da Na ich bin nicht Heil Kein Problem Äh Modus du Gleich P-Mann von King will Comeback von Und dass ihr da bist Wieso das denn Wenn ich mal fragen darf Ah ich bin Defensiv ist ja Meist auch gut Ich hab ihn gefallen Ja ich muss Mädchen einarbeiten Die Arbeiter Was ich da mache Umso wenig Im live Wie meinst du Amine Mein Freund Kommt Mach ich jetzt sofort Gerne Na wer hat das denn lieber Der meint das nicht böse Hab angemacht von T-Mog Äh rank it aus bitte Was funktioniert da noch nicht Ja nur auf der Arbeit Oder ansonsten Ich hab hier noch nie Ja nur auf der Arbeit Ich muss hier erst Demnächst arbeiten Ich hab hier noch Nicht gesehen Bis jetzt Ich bin so zufrieden Mit dem Live Muss ich zugeben Schade Ich muss hier einarbeiten Bei SHP Und so Ich muss Aufträge Bearbeiten Muss ich hier zeigen Was man da beachten Muss Heute Wir haben ein bisschen Skin-Confirm gemacht Mein Freund Wir machen jetzt Bisschen Custom Games Ehrlich Das ist wirklich Die Wahrheit Oh ich hab ne Whatsapp Bekommen Geil Ah leider kommt Heute keinste mehr Machen sie jetzt mich Ich bin keine sie Das fies Ja ich weiß Ah schade Was ein Name Wie meinst du was ein Name Leonie Ah meine Maus Freut mich so auch Dass du das Wie geht's dir Welcher Name Du nervst Halt ein Sekunde Bitte bitte such Ah heute erst mal nicht Bitte bis in Custom Games Ah wie geht's dir Wie meinst du was ein Name Halt sie an den Cloud Mein Freund der Sonne Trotzdem Fühlt man sich besser Du bist nicht du Wenn du hungrig bist Der Code Für nächste Runde Ist 2233 2233 2233 Ist der Code Muss ich gucken Ob er hoffentlich auch funktioniert Ich hab nichts gespürt Also ich denke es ja nicht stimmen Der Code schreibe ich auch gerne mal kurz den Chat rein Bei Dus Ah bitte 222 Oh muss ich schreiben Gerne King Mein Freund Wenn wir noch eine Runde machen Können wir gerne nächste Runde dein nehmen Das ist irgendwie nicht Hab ich das Ich hab's crazy gefühlt Das hier nicht laden Das ist irgendwie sonst Da bist du ein Macher Machst du Kapps mit Das ist jetzt die Frage Das ist crazy Boah ich muss auch so niesen Merk ich gerade Huiuiui Ah die ist ja nicht los Mein Freund Zahlt das auch gut Check nach Echt wow Was passiert Gerne nächste Runde Können wir gerne deinen Code nehmen King Mein Freund Gesundheit danke Fürs game easy GG bleibt mein Freund Gesundheit danke P Mein Freund Code geht wieder nicht Eigentlich müsste der jetzt gehen Versuch mal bitte bei Okay mach mal genau wie ich jetzt hab Dominik Material Doos Mitbauen bitte Doos Mach mal das erstmal rein Ah danke Mein Freund Gesundheit danke King Mein Freund Ich war aber wegen Teamate zweiter Ach schadlos Aber wie gesagt Passiert mal dem besten Aber vielleicht gewinnt er jetzt Diese Runde Dafür hat man ja auch Ein Teamate Das noch ein bisschen was macht Material Doos bitte alle Wer ist SkinCode ist Boah Black Maybe next time I really hate SkinCode ist Gesundheit danke Socken mein Freund Code geht Also geht dann Dann freut mich zu hören Das freut mich zu hören Dass der Code geht Code geht mal wieder nicht Hä geht Eigentlich müsste der Gehen Das ist crazy Der liebe Cloud Anerleben Leonie Das ist crazy Das war eine gute Frage Aber eigentlich wenn du Jetzt hier auf Battle Royale Du es hast Und dann hier unten Benutzerdifend Der Schlüssel drückst Und hier den Code Eingibst Caps Lock aus 2 2 3 3 3 Annehmen drückst Und dann oben starten Rank it aus Auffüllen Und auf Europa Bis bei Einstellung Dann muss es gehen Eigentlich muss es dann gehen Sind auch glaube ich Alle drin Die im Chat Gerade sind Muss ich zugeben Ich hoffe es natürlich Dass es jetzt funktioniert Hat Echt warum das denn A vom Nightboards Warte ich mach dich Wieder rein Mein Freund Du dürftest jetzt Gleich wieder schreiben Können Kannst du starten Okay wir starten jetzt Sofort Ich glaube es sind doch Alle drin die mitmachen wollen Dann lass uns mal die Runde starten Jetzt hier Meine Freunde der Sonne Ich gucke Ah ist die von dir Eigentlich dürfte es jetzt gehen Willkommen back Freue mich dass es wieder da ist Das war der Nightbot Hallo 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 geht wieder Oh natürlich Ah ist das Team hängen geblieben Kurz Das ist ja crazy Ich bin mit dem Maxim Team Er soll so spielen Ich glaube einer muss oder Das ist die von der P Mein Freund Dann haben wir mal gespannt Wo wir landen Nudeljam Abend Willkommen zu meinem Freund Das da bist Wie geht es dir Wie geht es dir Steht es meinem Freund Hier Nudeljam Geht nicht Echt nicht Bist du nicht reingekommen Mein Freund Ich dachte du hast gesagt Geht Mir geht es auch ganz gut Danke der Nachfrage Bist du raus Was denn passiert Mein Freund Warum bist du auf einmal Geht nicht Hast du auch eben Auf starten gerückt Mein Freund Du musst auch normal starten Wie als ob man jetzt In die Runde geht Ich hoffe dass du das Auch eben gemacht Jaja Die kleine Maus ist auch da Und wie war dein Tag so kleine Maus Jö dann kam das Bild heute Boah es kam echt wieder Random Nudeljam Meine Freund Da haben Leute wieder gefragt Ob ich es machen kann Ich lösche später aber wieder Naja Da bin ich jetzt gespannt Was da kommt Da bin ich mal gespannt Was da für Talks rauskommen Mit dem Team Echt Ach stimmt Du bist mein Team Aber wird schon eine gute Runde Ich drück dir die Daumen Ich glaube ich hätte nicht beide gebraucht Dafür Ja natürlich bei mir nicht Ey das war echt Echt Ah schade Die T-T-A-R Das wusste ich nicht Hab ich gleich nicht Ey ich finish Nimm jemanden nicht Vielleicht rettet dich ja dein Team Ich dachte ich hatte einmal so gesehen Dass ich vielleicht einen Gegner töten konnte Aber warum denn nicht Wenn ich fragen darf Oh danke für den Mini Atom leitet sie an dich Mein Freund Was machst du da Was machst du da Das ist ja crazy gerade Wir sind uns abgehauen Das war der beste Handicap Der war echt das crazy Boah ich töte mich einfach selbst Was damit Das ist crazy Ja ich hab mich selbst getötet Schade Wurde mit Blitzen getötet GG Ich hab Code jetzt aber Mir steht dann irgendwie Da wo Ah schade Aber jetzt Ja jetzt kann man da auch Gar nicht stilten Man muss dann halt leider warten Bis das da wieder da ist Schade Boah ich hab mich selbst getötet Damit das ist ja crazy Ich brauch keinen Gegner Der mich tötet Ich töte mich selbst Ah schade Dominik Du hast ja eben gestartet Gesagt dass du drinnen bist Und ich dachte echt Du wärst dabei gewesen Ah schade GG hat sein Team Schade Schokolade Bigfoot meine Freunde Für uns natürlich da leider Für euch war gut Für mich nicht so gut Ja passiert mal den Besten Passiert mal den Besten Würde ich sagen Ich will jetzt dann Ausgehen Echt das ist crazy Bin ich mal gespannt Guck ich euch nicht zu Gegen meinen Freund Wie viel Watchlam habe ich mal Guck ich mal rein Gerne kurz Bin ich mal gespannt Ich bin mal gespannt Was ich für ein Watchlam habe 110 Das ist crazy Ah schade Bin dann mate Ah Mein mate war aber jemand anderes Auge meint Ah du bist der Mate von dem Camp Von der anderen Person Oder Bin ich reingekommen Ah das ist natürlich Anarchy Dominik Ich dachte du wärst drin Deswegen haben wir eben schon gestartet Ah dann vom Skimmis King Ah das seid ihr Bin ich mal gespannt Wie ihr es schafft da Ich drück euch die Daumen natürlich Da drück ich bei natürlich Da ganz doll die Daumen Dass ihr so weit kommt Muss ich zugeben Ich bin dann raus Achso schade Boah ist echt kacke dann Einfach rum Diener Diener hat eine Stunde nach Nico Boah stimmt Diener hat eine Stunde nur weniger Das ist crazy Ich weiß Danach kommt der liebe Fruchtzwerge Kommt der Assassine Und dann kommt der Leon Was passiert King Mein Freund Na ich glaub nicht Diener ist ja grad glaube ich Auch nicht im Stream Ich glaub sie überhaupt mich nicht Sie mag nicht so Fortnite Deswegen hab ich da Bisschen Vorteile Ah nicht schlimm P Diener an dich mein Freund Musst du ja nicht entschuldigen Wie gesagt Aber Diener mag ja nicht so Fortnite Deswegen Da glaube ich Bin ich eigentlich ziemlich sicher Na Stimmt Man darf jetzt ja auch hier essen Wie ist ganz das Business Wie ist die ganzen Business Vor Soll ich das mal machen Diener mag Nico Nein das mag die Diener gar nicht Die Diener mag Wenn der Nico sich wohl fühlt Das mag die Diener Aber nicht wenn er Angst hat Guck uns ganz kurz zu Ah ich weiß nicht King Sonst sehen ihr eure Leute Ich glaub das ist nicht so schlau Darf man dann erstmal zu essen Das ist crazy Ich will deinen Namen geben Geht nicht Echt nicht Also scheiß Scream X YouTube Ich bin Bock mehr auf die Spielwelt Ja Paul Aber damit hat mich blockiert Boah ist mir natürlich Letzt für einen Bigfoot Mein Freund Ah schade Ich hoffe man sieht sich da Morgen wieder Wenn du Bock hast Aber wie gesagt Wenn man echt da nicht Bock hat Dann Nichts muss man da nicht machen Gerne P Natürlich grüß dich raus An Susanna So bin wir da Arben Markus Arben hab ich den Sound Ey stark Markus Das freut mich zu hören Aber wie geht's dir Ich freut mich auf das Engstall das Platz 10 Platz 10 ist der Liebe Der aller aller echte Liebe Vladi Oha Ich find's auch irgendwie interessant Wenn die Kürze sich Nein das ist nicht so super Find ich nicht so Nochmal bitte ohne P Weil sie hat sich nicht vergehört Ah gerne Grüße gehen raus an Susanne Äh Susanne Susanne Bah hab ich erst grad voll verkackt Tut mir leid Grüße gehen raus an Susanne Gut Ja das ist natürlich kacke Ah Marc Schaffst du auch Markus Mein Freund Bald ist wieder Wochenende Ich kann Ich nicht Echt Gefindertet man das nicht Jetzt schreibt dir liebe Die kleine Maus Ne Ist natürlich da doof Wenn man Points gibt Dann gehen die Stunden weg Ne die Stunden bleiben Man verliert nur die Points Ja man kann nur Punkte verschenken 6 vor und nächst die auch Das ist auch so deutlich Kann ich gleich gerne machen Ich auch geil Das freu mich doch zu hören Können wir wenigstens Nächsten Code Warum müssen wir schauen Ich weiß nicht ob ich noch ne Runde mach Danach Muss ich zugucken Lea und Abel willkommen Die haben sie voll noch so da Bis wie geht's dir mein Freund Ah komm Wahrscheinlich noch eine Runde Können wir machen Ich drück euch die Daumen Aura Wenn die Eko sagt Vielleicht dann nein Na Bestimmt noch eine Runde Wahrscheinlich ja Noch eine wahrscheinlich Wenn ihr natürlich auch nur Lust habt Wenn Sonst können wir auch gerne ein bisschen früher Dann machen wir morgen wieder weiter Ist ja auch nicht schlimm Darf dich jetzt vielleicht Gerne Kannst du dich doch gerne Also mein Freund Wie gesagt Mein Name ist ScrimmixYouTube Mein Freund Ich glaube ich geh mal rein Das dürfte mein Epic Name sein Wann dann das ungefähr Ich würde sagen Vielleicht noch eine Runde Wir müssen mich auch fordert haben Mach keinen Bock Ich kann's verstehen Maxi Lina bist noch da Oder ist Lina weg Oder soll ich das schon mal ankündigen Diese Woche Wird Ich frage mal gleich Ob die Lina da ist Sonst gucke ich da gleich mal rein Da ist kein Okay Ich glaube ich dauere Jobs erstmal Die ist da Diese Woche werde ich Am Freitag Und am Sonntag Ein anderes Game Stream Schau mal oben Gerne Wie man es nach oben Ich drücke dir die Daumen weg Wir machen schon noch eine Heute noch eine Runde Am Freitag und Sonntag Ein anderes Spiel Stream Was sagt ihr dazu Das war eine super Idee Aber heute machen wir nur noch Eine Runde danach Wahrscheinlich Save my craft Ich sag noch nicht welches Hast du dich gezeigt Hast du dich gezeigt Habe ich gemacht Maloka Aber Wie geht's dir mein Freund Ich bist sogar immer noch da Mega Ich grill am Freitag Ah Ah ist nicht schlimm Dann grillst du schön ruhig Dann am Sonntag sehen wir uns da wieder Beim anderen Spiel Können wir gerne Schombie Ich weiß nicht ob ich heute noch zocke Aber hat Samina deine Freundin das gehört Oder soll ich das lieber nochmal machen Gerne Werde ich das machen Ah die liebe Klein war es da Habe es vergessen Das ist stark Das ist stark Den Namen gibt es nicht Das dürfte eigentlich mein Name sein Muss ich zugeben Das ist eigentlich mein Epic Name Ich habe leider keinen anderen Ja wir machen versprochen Maxi mein Freund Versprochen Ja können wir gerne machen Amina meine Freunde in der Sonne Warum denn nicht Machen wir dann Server Gerne Aber ich wollte dann Ich weiß nicht ob ich dann Server mache Wie wir geplant haben Oder erstmal Server Einfach zum Survival spielen So einen Monat Weil ich hätte die Idee Bevor es zu lange dauert Dass wir vielleicht so einen Minecraft Server Überlebensserver machen Bin ich dir Du bist Das ist eine kleine Maus Gibt es den Also müsst ihr eigentlich geben Hat er dir ein Recht Er will mich bitte nicht Das wäre crazy Einfach so ein Überlebensfeld Minecraft wo jeder mitmachen kann Das wäre doch geil Oder nicht So Ich glaube es könnte bocken Mit so einem kleinen Ich weiß nicht So ein Äh Bäuch ich so einen kleinen Spawn Mit dem lieben Rimuru da Bauen wir so einen kleinen Spawn Demnächst mal Und dann haben wir einfach Spawn wo eine Spawn Protection ist Das heißt da kann man AFK stehen Und außen herum Kann man alles bauen Sonst Wie machst du da Alles mit Dann bist du schön schön Mal schauen Aber musst du ja gucken P erstmal Gerne also Wenn du kannst Würde mich freuen Amina Ist doch gar nicht So viel Aufwand Ist doch gar nicht so viel Aufwand Können wir gerne machen So ungefähr Sag mal Haha Ganz gewicht der King Er ist echt nicht viel Meine kleine Maus Wirklich Frag Rimuru Rimuru oder alle anderen Ist es viel Einen Spawn Protection zu machen Wo man nicht abbauen kann An sich jetzt eigentlich Nicht so viel Nein Das wird schon mehr als ein Baum sein Zwei Bäume Nein Nein Das Baum wird schon ein bisschen A ist recht Der wird schon ein bisschen Anspruch brauchen Was hat denn P reingeschrieben Ah ich glaube es wäre eine coole Idee Bestimmt sowas zu machen Sag mal Kaka Warum denn Kaka Zwei Bäume Auch nicht zwei Bäume Das war ein Spaß Da kommen mehr Da kommen mehr als zwei Bäume Wirklich Da kommt Es wird ein cooler Spawn sein Bin tot Schade Aorachichi Ja also wie gesagt Ich glaube es wird richtig cool Ich könnte es mir richtig cool vorstellen Mit WorldEdit geht das schon Ja dürfte hinhauen Aber Aufwand Ja es wird auf jeden Fall ein bisschen Aufwand sein Aber mache ich doch gern für euch Mit dem Rimuru Dann können wir es doch gern machen Aber ich weiß nicht ob ich es heute mache Heute hätte ich ein bisschen Bock Eigentlich noch auf VR Chat Wie das denn meint Leon, mein Freund Am Ende ist es Copy-Paste Nein Okay Komm Ja wir gucken uns das schon an Kannst du Wir schauen rein Da Letzte Runde Teams Äh leider ja Letzte Runde Kannst du was anderes schauen Gerne Mich adden Gerne ich kann natürlich auch versuchen nicht zu adden Ah Leonidas wird ein schöner Spawn Versprochen Nein nicht Die letzte Äh weil ich danach das mit dem Microsoft am liebsten machen Oder ist das nicht so stark Lina Microsoft Server dann später noch ein bisschen wie Art Chat Oder soll ich das nicht so machen Ja Habt ihr recht natürlich Ich komm Noch 13 Minuten Also ich würde gerne eigentlich das machen Soll ich das nicht gleich mit dem Microsoft Server machen Dauert Dauert X-Leo Lied 2024 Das crazy Bloody Wie gesagt 5 Stunden Gehen schon drauf Ja wir können halt Ja dann Ich weiß nicht Ob es denn heute noch lohnt Nein Fließt noch eine Ja wir können dann wahrscheinlich Okay dann machen wir noch eine Runde Gerne Darin machen noch eine Habst du ausprobiert geht nicht Dann schick mal gleich deinen Epic rein Dann hätte ich dich gerne Dann schick mir gerne mal gleich deinen rein Nein Spawn kann ich auch machen Ah schau mir gerne morgen rein mal Brad 400 Pärchen Das ist crazy Ah nee wir machen noch eine Runde Keine Sorge meine Freundin in der Sonne Wir machen noch eine Wie geht's super Und dir Leon mein Freund Nein das ist auch nicht richtig Steven Freund Leon ist Single Ich muss einfach noch eine Stunde Bleiben Warum denn eine Stunde 30 noch wach bleiben Ist das irgendwie ein perfekter Timer zum Schlafen Musst du dann nur anmachen Genau Ja mach ich dann Werden wir dann machen Gehen wir mal Hater Hit Aber warum es jetzt hier auch gut geht Dann machen wir gerne noch eine Runde gleich Machen wir noch eine Runde Keine Sorge AP Eigentlich habe ich dem lieben King schon versprochen Ich versuche erstmal seinen Code gleich Mein Freund Wenn er nicht geht oder der King nicht da ist Dann gerne deinen Irgendwann im Schlaf Echt Da muss die kleine Maul schon schlafen wieder Ah ist eigentlich richtig Wie gesagt Ein schöner Ausschlaf Echt eigentlich gut zu haben Linus Sorry Willkommen back im Stream Linus Vor allem ist das so englisch Schatz Wie geht's dir mein Freund Jetzt kann ich auswachen Aber ich hätte ich gerne Also Dominik Schreib gerne mal bitte dein Epic rein Sonst Aber ich freue mich Es ist dir gut geht Linus Warum warst du eigentlich so lange wach Amina Weil ich fragen darf Nachts Es hat mich gerade ein bisschen verwirrt Hast du keine Schule Oder irgendwie so Weil ich mal jetzt so fragen darf Oder hast du noch frei King wäre noch da Bist du Hallo Leute Falls auch der liebe King noch da ist Wir können gleich warten Bis wir in der Lobby Sonst wenn er wie gesagt nicht da ist Dann nehme ich deinen Code King darfst dann Soll ich dich auch gerne add Mein Freund Oder noch nicht Linus Linus Wie geht's dir mein Freund Der Sonne Für erst noch eine Woche Das ist crazy Warum warst du noch frei Das ist Domi Oh versuch Ich geh mal bei dir in Domi Ob ich da was vielleicht ausfinde Ich hoffe ich mich nicht so schön schlafen kann Das wenig Ja Okay versuch ich auch gerne gleich bei dir Linus Mein Freund Domi finde ich leider nichts Mir geht's auch ganz gut Danke der Nachfrage Ich geh auch zocken Ah schade Ich wünsche auch einen schönen Abend Und schlaf gut Vielleicht sieht man sich ja morgen wieder Mein Freund Aber finde ich dich leider auch nicht Muss ich sagen Ich muss drei Wochen fehlen Ich sag die cool aus Ah okay Guck mal Linus Perfekt Das ist crazy Wer möchte denn F plus Wer ich fragen darf Kenne ich die Person oder noch nicht I King Das Den finde ich leider auch nicht Muss ich sagen Ich wünsche euch beide nicht Jo Danke Lian Schlaf guter Drei Stunden ist echt wenig schon Ist er in der Lobby Ich weiß gar nicht Ich muss mal gleich mal gucken Ob er noch da ist Alinus Alinus BC Hab ich da auch nicht gefunden Muss ich zugeben Ah freu mich Dass es den Den besten Lieben Linus Natürlich gut geht Finde ich da nicht Domi Ja wir schaffen es morgen Sonst spätestens mal Schaffen wir es bestimmt Irgendwie mal kurz In der Lobby zu sein Dann schicke ich da noch Ah Wird schon hinhauen Wird schon irgendwie hinhauen Schöne 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 Echt brauchst nicht machen Linus Aber sehr lieb von dir Aber ist echt keine Pflicht Aber trotzdem danke Äh das war doch der Toast oder nicht Du musst zu mir kommen Und kriegst ein Toast Der Streamer Boden Los Der war gut Würde ich sagen Das ist der Typ Der schon dreimal Ach so der Boah das ist crazy Ich wollte gucken Boah ich musste gucken Ich weiß nicht ob die Person noch lebt Ah what are you doing Blake Mein Freund Alles komisch da Ah manche denken noch nicht nach Oder sind manchmal ein bisschen Manche Krisensituationen Wo die dann nicht so nachdenken Ah aber der Sixpack Ja Also wie gesagt Dann ist es halt Dann ist es mehr so Deine Schein Hab ich gesehen Dann weiß ich das Ja dann weiß ich das Der liebe Felix auch da Aber ich weiß nicht Ob das zum Grund wäre Aber wie gesagt Da Schau heute Guck ich ja Echt Aber was Wie heißt das denn Ich hab Fack Willkommen back King Da ist ja der King wieder Fehler liebe King Ist doch noch da Gerne Komm sofort Natürlich nicht Aber ich glaub Wie gesagt Ist ja Ja Die Person ist ja dann Komisch Trotzdem Oh Kannst du mich jetzt bitte Ich hätte es gerne geschafft Aber sonst gerne morgen Einen TikTok Kanal Hab ich Aber ich mach da keine aktiven TikToks Muss ich ehrlich zugeben Aber wie gesagt Hab da dann keine TikToks gemacht Kann ich dir aber gerne Mal einen Namen geben Wenn du mal wissen möchtest Linus Braucht man nicht Aber kannst gerne mal gucken Sonst kann ich auch gerne Wenn du möchtest Dir folgen Ist kein Problem Natürlich Ich weiß nicht Ob du vielleicht machst Oder einen Tick Morgen gerne Heute nicht mehr Wir machen noch Wir machen noch eine Kassen Games Wir machen noch eine Kassen Games Sag mir mal du Wo müssen wir mal schauen Linus Wann hättest du denn Zeit Mein Freund Heute spiel ich leider nicht Mal durch Ich spiel heute danach VR-Chat Kannst du machen Wenn ich schock Ja Gerne Kann ich gerne machen Linus Wie gesagt Wenn Bock hast Immer gerne noch Ah wie geht's Der Felix Weil ein Freund Fugst doch Dass du da bist Bin gewandt Von White Knight Bot Carlos 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 Da ist der Carlos Okay Jetzt dürfte Kassler Dann wieder Kannst du mir Also gerne Two game easy Nice Not bad my friend Not bad Not bad Code ist 2014 Gerne noch Zwei Oh warte Zwei Null Eins Vier Zwei Null Eins Vier Ja leider Heute für Amina Niko Niko Nii Ey Na einfach Proben Wenn ich Leute Gehre soll Das ist schon Crazy Weil dies war Kein Harry Na mach ich nicht Stomi Versuch Ich gerne nochmal Dachte Wir spielen heute Können wir Machen Flo Mein Freund Bisschen eine Runde Wenn du möchtest Fühle mich zu schlecht Oh Arschdack Ja machen wir Gern bestimmt noch Flo eine Runde Vielleicht Aber ich würde gerne Danach bisschen Meine Frage Hat einer von euch noch Bock Eigentlich danach Bisschen BR Chat mit zu zocken Oder Nicht so Gerne Kurz 2014 Schreibe ich Chatcodes rein Hätte jemand Bisschen später Bock Bei mehr Leuten Macht es mehr Sitz Prioritäten setzen Das fies Schatz Bloody Gerne Können wir auch gerne Machen Also Viaccia Dafür brauchen wir Allein PC Für Viaccia Braucht man noch Ne Du brauchst nur Ne PC Und das spielst Umsonst Auf steam Oh not good Ne net good Ne gut Na Na Ich kann es gerne Mal versuchen Achso Das ist ein TikTok Name Wie gesagt Wenn du was schreibst Ich schreib dir gerne Zurück Wenn du möchtest Kannst du auch gerne Löschen Danach wieder Ihr braucht nur PC Steam Und das war es Schon Dann könnt ihr spielen Aber gerne Morgen Flo Mein Freund Muss mir nur sagen Weil du Zeit hast Und wie geht es Ja Flur überhaupt Mein Freund Freut mich doch Dass du eingeschaltet hast Sind denn alle drin Die mitmachen wollen Aber brauchen wir Ja hier noch kurz Zeit Gleich Oder Hilfe Wie gesagt Ich helfe auch Immer gerne Kein Problem Mateo Aber willkommen Auch dir Wie geht es Mateo Freut mich Dass du eingeschaltet hast Kein Problem Wir warten gerne Auf dich Mein Freund Der Sonne Oh no Wir warten gerne Auf dich Guck ich gerne Ich lach nicht Versprochen Ich lach nicht Lass noch 30 Likes Wo meint ihr Geh meinen Namen Oder nicht Arbeite auf Stream Oder wo meint ihr Maxi Mein Freund Akku 70 Ich hab Ja 10% Das ist crazy Oh ein Kein Likes Natürlich Ich hab mir Ein Snap geschickt Das war kein Interess Oh das ist crazy Ja sind schon Lecker Achso kein Problem Ich hoffe man Sieht sich bestimmt Morgen wieder Wenn du Bock hast Viel Spaß mit den Kollegen dann Aber Das Spiel ist echt Nicht groß Das macht auch Richtig Bock Muss man sagen Ich warte gerade Äh Dominik Warte Der Name hab ich Ich hab den Lade eben nicht Gefunden Muss ich sagen Können wir es dann Mal demnächst machen Dass du eine andere Person nennst Und ich dir dann Darüber nachscheine Ich war da gerade Echt wo warst du da Mein Freund Wo warst du denn da Hier mein Freund Mensch Natürlich Aber wo warst du denn da Mein Freund Kein Problem Muss ich ja nicht Entschuldigen Ich bin kein Papa Ist nicht schlimm Matteo mein Freund Brauchst mich nicht Entschuldigen Aber trotzdem Freut mich Dass du da bist Wie gesagt Man muss ja Man muss ja nicht Dabei sein Nur wenn man Lust Und Zeit hat Warten wir jetzt Hier runter Stark Dann müssen wir gleich Gucken alle die Lust Haben natürlich Im Discord reden Wie wir da mit der FA schicken Aua Wir starten sofort Wir hatten es aber Echt cool Wie gesagt Das macht glaube ich Am meisten Spaß Wenn man aber mehr Leute ist Aber ich glaube Von euch hat keiner VR-Brille oder Ist eine gute Frage Bladi Ich weiß es nicht Bin neu Silas Abend Willkommen auf meinem Kanal Silas Scholz Und willkommen auch Natürlich auch im Stream Wie geht's dir Mein Freund Freut mich Dass du eingeschaltet hast Wir starten sofort Wir warten kurz Auf Silas Wer mitmachte PS VR Ich glaube die bringt Der dann nichts Da Ja brauchst du dich Entschuldigen Mein Freund Was verzweifelt Das ist crazy Aber freu mich Es ist dir gut Geht Silas Sollen wir noch Kurz auf dich warten Ob du mitmachen Möchtest oder Nicht so Lust Mein Freund Der Code ist 2014 Duos Kannst gern reinkommen Ist aber leider Die letzte Runde Für heute Wir würden morgen Dann wieder weiter Custom Games machen Wenn du Bock hast Mein Freund Bist natürlich aber auch Immer jeden Tag Willkommen Bin täglich live Mein Freund Und freu mich Es ist dir gut Geht's Hab Bock Da muss die Motivation da sein Dann warten wir Gehen kurz auf dich Wir starten danach Gern die Runde Ah wird schon Wird schon Wird schon Ich Äh Leonie Das Problem ist Wie soll ich denn helfen Ich weiß es nicht Meine Tipps bringen nicht Und ich hätte zu viel Angst Wenn ich was sage Dass es am Ende Nicht gut auskommt Das ist mein Fischken Ja süß Okay das ist so süß Ich bitte start Wir starten sofort Sind denn alle drin Die mitmachen wollen Ich würde gerne Den bloody helfen Problem ist halt Ich weiß nicht wie Und ich weiß Ich wäre traurig Wenn das dann Mein Schritt irgendwas passiert Oh Heißt wir sogar Italienerin Okay start das Match Ich glaube sind auch Alle drin Ja ich bin kein Stammkunde Ich merke es Doch okay Soll ich dir Tipp geben Aber wie gesagt Nehmen das nicht übel Wenn es nicht klappt Ich kann dir gerne Versuchen Tipp zu geben Ich starte auch kurz das Match Mein Tipp wäre Was ich machen würde Wenn die Snap schickt Einfach Zurückschreiben Also nicht lang warten Einfach zurückschreiben Doch ich will helfen Mein Skit ist nicht sass War nicht sass War nie sass Ich würde einfach Zurückschreiben Warum muss ich denn Irgendwas verheimlichen Wenn ich was von dir möchte Schreibe ich einfach zurück Ich würde sagen Das ist mehr Red Flag Wenn man eine Person Ein bisschen so warten lässt Als einfach zu antworten Wenn man Zeit hat Aber vielleicht bin ich auch falsch Vielleicht sehe ich das ja falsch Aber wie gesagt Wenn ich schreiben kann Dann würde ich Also wenn mir eine Person schreibt Dann schreibe ich natürlich auch zurück Wenn ich kann Warum soll ich denn zappeln lassen Das gibt es ja dieses Zappeln lassen und sowas Nein ich mach das ja nicht extra Ich war VR-Chat Da hab ich das nicht gesehen Hallo Scrimics Nein hi Ich lass jemanden warten Hi Wie geht's dir mein Freund Wo sollen wir landen Ähm Ich mag Können wir das so machen Ich markiere wo Und dann landen wir aber woanders Gerne Wo sollen wir markieren Wo sollen wir da landen Wo soll ich sagen Wäre irgendwie nur gut Wenn ich informiert werde Wo wir dann landen Vielleicht Können wir gerne mal schauen Wo landen wir Dann kannst du mir einfach hinterher fliegen Wo bist du Ach da bist du Ja du bist schon längst draußen Ja Nein aber wie gesagt Wie heißt du eigentlich Niko Niko ich auch Hast du mir gleich sogar gesagt oder nicht sogar Deswegen fragst du mich gerade nach Oh ja wo hab ich denn eine andere Person im Kopf Aber wie gesagt Ich versuche eigentlich immer allen zu antworten Aber ich schaff's halt nicht leider immer Und meinst du wie gesagt Wie A-Brillern sehe ich halt jetzt Discord zum Beispiel nicht oder so Aber sonst amort ich eigentlich immer sofort Sogar Axe auf Arbeit wo ich nicht darf Hat niemand gehört Hat niemand gehört Bis wann bis heute noch live Asta die letzte Runde Ich heiß nicht Stefan Also gehst du dann nach der Runde auf oder spielst du noch ein bisschen Ich glaub ich geh auf danach Aber ich bin ja morgen wieder live Das dauert ja nicht lang Der Tag Haut mal morgen schnell Schule Bisschen um Das wird ja nicht so schlimm sein hoffentlich Wunder mich aber wir da Haben nichts gehört Hab keine Ohren Hä Wie du hast keine Ohren Ja ich hab cool Animation Siehst du Da gebe ich recht Cooler Animation hab ich auf jeden Fall Und ich hab auch eine VR-Brille Wie gesagt alle die gleich mitmachen Da am PC haben Boah es wird cool sein Abend Leo mein bester Französer Kein Problem muss ich nicht entschuldigen Wie geht's dir aber Wenn du springst Na das nicht Geht in den VR-Chat Wie gesagt könnt ihr gerne mitkommen Seid natürlich alle herzlich eingeladen Aber warum ist es dir gut geht Brauchst du aber nicht entschuldigen Man hat ja nicht immer Zeit mein Freund Und das weiß ich auch natürlich sehr Nico du hast ja vorhin gesagt Man soll nicht teamen ne Ja Und ich war das der das Herz gebaut hat Und ich wollte nicht teamen Weil ich wollte einfach gucken Ob jemand darauf reagiert Und ich hab mich dann ja auch killen gelassen Weil ich glaube ich hatte einen Bot-Team-Mate Der ist die ganze Zeit Auf Also der ist die ganze Zeit Nach oben gegangen Und ist dann runtergesprungen Ich glaub nicht Deswegen ich glaub das war ein Bot Ich hab mich hier runtergeladen Stark äh VR-Chat ist eigentlich ein Nicht gutes Spiel Leonie Ich kann's dir nicht empfehlen Das ist äh Nicht gut Echt nicht Das ist eigentlich ein Nicht gutes Spiel Das ist Da sind äh Eigentlich meistens Leute Die Weiß ich nicht Aura Abend Gerne grüßen Das war nicht meine Freunde der Sonne Das sind Bisschen Leute Die eigentlich 24-7 auf einmal Da in einer virtuellen Welt leben Aber es gibt halt coole Skins Und coole Meme Skins Wenn man's jetzt nicht übertreibt Ist aber eigentlich nicht gut da Moment Gerne mal Aber Marcel Würde mich freuen Aber Marcel Wie gehst du vom Saufsatz Da bist du Aura geht Nusser an dich raus Niko Ja Können wir's eigentlich mal so machen Dass du rot gegen blau Oder sowas spielst Ich mach so was gern aus Stimmen eigentlich Ich find ich nicht mal Bock Ich bin heute klar Dass die letzte Linus Tut mir leid Aber ich bin morgen wieder da Wenn du Bock hast Mir geht's auch ganz gut Danke an der Frage Marcel Mit cooles Götz Ja Aber wie gesagt Ich würd jetzt sagen Eigentlich Leonie Das ist echt nichts Na das ist auch echt langweilig Muss man sagen Wenn man's alleine macht Das ist langweilig Und Okay vielleicht als Mädchen Ist das nicht Als Mädchen ist das gar nicht so langweilig Als Mädchen hättest du halt zum Beispiel Richtig viele Sims Die hinter dir her laufen Ich weiß halt nicht Ob das Spaß macht Da gibt's richtig viele Sims Bei Mädchen Ich glaub als Mädchen Würde es halt echt nicht so Spaß machen Weil wie gesagt Du kannst da nichts machen Außer ohne dass du auf einmal So ein Typ hinterher läuft Die ganze Zeit Oder irgendein Typ Zu Tode beleidigt Was ist denn Kinky Party Ich hab gar keinen Bock Vorher Gar kann ich verstehen Marcel Ah morgen gern wieder Kannst du mich Mit was schicken Ich kann dir ein paar Points Schicken gleich Wenn du möchtest Wenn die dich glücklich machen Gerne Aber wie gesagt Ich kann dir's gerne mal privat zeigen Wenn du möchtest TG Ich mag die Italiener Und schon leider tot Wo lebt sie noch Scrimix Ja Soll ich dir sagen Warum ich möchte Dass du auch gerne mal So im Stream So das machst Mit Rot gegen Blau Hau mal raus Damit man mich Stim snaipen kann Nein Nicht deswegen Damit wir auch mal So zusammen Was anderes spielen können Weil wir sagen Immer Dass wir dann zusammen Also du sagst Dann halt immer Oder schreibst Immer Dass wir dann zusammen Spielen können Und dann spielst du Aber eigentlich Nie so richtig mit mir Du spielst dann immer Ich versuche immer so viel Wie möglichkeit zu holen Das ist das Problem Aber mein Zettel Also in der Woche Da immer so ein bisschen Begrenzt Das ist das Problem Dass ich dann Ich bin halt wirklich Spät zu Hause Und versuche ich eigentlich Immer einen Squad Damit da wenigstens Drei Leute reinkommen Morgen bin ich 8 Uhr live Kannst du mir Ercheckt schon Da war aber nicht Ausgesprochen Ich renne Mädels Nicht hinterher Ich bin morgen live Wie kommt morgen FN Ja noch ein paar Tage Fortnite Und am Freitag Kommt was anderes Was Lina möchte Und Sonntag kommt Auch ein anderes Spiel Äh ja Morgen kommt nochmal Aber wie gesagt Freitag kommt was anderes Und Sonntag kommt was anderes Das habe ich euch versprochen Freitag lasse ich Die liebe Lina Mal anscheiden Was kommt Das ist cool Mix Du spielst ja auch Brawl Stars Ja Und dürfen Und deine Dein Club ist ja Jetzt ja nicht so hoch Ja Dürfen da auch welche rein Die ein bisschen höher sind Ungefähr so 80.000 Trophäen Mir ist egal Da dürfen alle rein Aber ich glaube die Leute Wollen halt bessere Clubs Haben mit so viel Trophäen Weil ich hab halt 80.000 Ne 83.000 Trophäen Das ist crazy Aber ich glaube das ist auch Leider voll Aber das ist natürlich Anderkei auch Das ist von mir Ich kann nicht für 18 80 K Aber crazy Komm um 1 Also wie alt Wenn du noch da bist Natürlich Bin ich noch da Aber 18 schaffe ich ja nicht auch Ich bin nicht zu Hause Machst du Ich hab 5,4,3 Kann sich ja voll healen Ah du hast Ich hab mehr als die Leonie Guck mal Leonie Ich bin einfach besser Muss man sagen Wusste ich doch schon Das Worauf Aber dieser Skin hier Ist das nur einer? Ja es sind zwei Hier siehst du was ich für eine scheiße baue hier In einem Spiel bin ich besser Das ist crazy Es gibt einen Spiel wo ich besser bin Das ist stark Soll ich machen Gerne Und wenn du möchtest Kannst du gerne mitmachen Schpspspspspspspspspspspspspsp So was ich schrieben Gern Aura meine Frage Hier zum Zahnau出 있지 Ich hab die ge chúng Verletzte Oh wow mollaut Wie hast du dich denn verletzt Ich hab Fragen Du Also Marcel wenn du bockst Gerne Schade aus sch Wirklichな Ihr bist da Du auch Gefeß muss man sagen was du mal habe ich gern gelesen aber was denn passiert schade ich habe Madgeld für dich was für eine Pumpgun hast du? aber in einem Spiel ich habe eine graue Pump in einem Spiel will ich es als Leonie das ist voll mich zu hören das ist crazy das ist voll mich zu hören Leonie in einem Spiel bin ich besser ich will nur echt das ist crazy ich habe die auf Sinn genommen hier nimm die nimm die hier nimm die ruhig ah gerne ich habe es vergessen meine Kinder boah das zu mir aber was wird denn jetzt da gemacht weil ich fragen darf auch wenn du natürlich nur sagen möchtest ich bin gefühlt krank uhr krank ist auch nicht so stark aber zu Hause bleibt es da wieder ein bisschen stärker hier ist einer boah es freut mich zu hören einfach besser ich glaube heute wäre ich wie ein Engel träumen heute wäre ich wie ein Engelchen schlafen muss ich sagen ja wo ist der in deinem Haus drin ach so krank was hast du denn da wenn ich mal fragen darf da in dem Haus drin in welchem Haus jetzt in dem großen riesen Villa da genau das ist da aber ist der teammate alles ist in der Zone kurz warten aber auch deine Nachricht wird daher gewusst ich sehe die da nicht mehr ich sehe da nicht was du geschrieben hast die wird da vom Nightbot gelöscht meine Freundin in der Sonne aber das war also damit welch ein gutes Gefühl schlafen 5 ich habe 8500 ass schön echt ass crazy ich wusste gar nicht dass du das bist ich habe gar nicht ich habe gar nicht den Fisch genannt muss ich sagen sind beide Gegner das sind nur die Bots ach so wir sind im Bluten hier ich muss warten ich weiß nicht ich habe genau wo es echt Bots das ist natürlich kacke ah leider mann warum löchert Nightbot das musst du aufpassen natürlich nein du hast uns Timeout nein bitte mit den Modus ein bisschen aufpassen meine Freundin in der Sonne der Nightbot ist da ein bisschen aggressiv du dürftest jetzt hier schreiben dürfen ah nicht sauer sein ich hab dich doch gern aber wie gesagt es tut natürlich dazu und da wünsche ich natürlich gute Besserung jetzt für gedacht fühlt sich aber oh was hab ich gespärt na du bist es nicht mehr gespärt denn ich bin dein Seelenssauger ist wie gut gewesen sehe ich gerade da ass crazy Leonie Therapie verdient Leonie gut bei der Therapie vielleicht steig ich auch in das Business ein um Leuten zu helfen wenn sie zu mir kommen bei müssen zwei Leute ich komme alles unter der Brücke denke ich nicht das fällt jetzt hier okay dann nicht so ich glaube ich bin ich habe nicht die Fachkenntnisse was zu machen ja hier im Außen auch mach mal Läsche ich habe keinen Platz ich habe keinen Platz der Slope ach man auf jeden Fall popopopo pokoloko wer ist jetzt von dem Community boah ich weiß es gar nicht muss ich zugeben die Person erhielt sich mit medkits muss auch abgebrochen dann ist super loko am Lernzettel oh die Hüfte wird es doch toll aber langweilig ach man 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 oh man nicht mehr ziel von moment oh ein medkits sogar für mich danke die haben mich kalt so gottlos gekillt ach schade Amina tut siehren nicht meine Freunde in der Sonne von erst die Obok loko tut siehren nicht meine Freunde in der Sonne ach ich will mal was für eine Serie guckst eigentlich und ist lieber Auro noch da meine Freunde in der Sonne oder leider nicht mehr die zu weit die 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 noch einer Welt ein interne kürt den letzten zwei Asterklaut skocht sieht nicht so gut aus Ja, ich weiß Klaude ist auch einer meiner Freunde Oh, das stark Geht's auf, gar keinen Bock mehr Ah, nicht schlimm, Bigfoot Ich geh da auch danach auf Aber ich hoffe, man sieht dich da morgen wieder, mein Freund Wär cool Würd mich freuen, wenn du Lust hast Wenn du natürlich Lust und Zeit hast Kann man nicht grad viel machen Risi, mir geht's super Und dir, mein Freund? Das ist auf Türkisch, ne? Echt? Okay, vielleicht Ich weiß nicht, ob's nicht CR7, Abend Ja Kannst du kurz stehenbleiben? Ich mag uns beide hier Wie geht's dir? Sieben, freu mich, dass du das englisch hast Willkommen natürlich wieder in meinem Stream Danke, es war von dir gehört Letzter Gegner ist Cloud Ja, uh, es wird hart Aber also, das ist die von dir Aber wir sind mit zu zweit und er alleine Aber ja Ja, ich weiß nicht, ob das was brennt Kunst, Abend, willkommen auf dem Stream Freut mich, dass du da bist Wie geht's dir? Mir geht's super Jetzt ja, sieben, lange ist du von dir gehört Freut mich, dass du da bist, natürlich Was cool, Mix Ich hatte letztens Cloud fast gekillt Hm Es war knapp Er hatte 47 HP Hab um mir, das lief von dir Das war die erste Solo-Runde Ja, was, ein guter Was gibst kurz, mein Freund? Danke natürlich für ein Abo da Ah, es lief von dir, wie sie, mein Freund Hier hat jemand Torture-Ramp im Fake gebaut? Ne, gibst du? Natürlich lebe ich noch, das ist crazy Cringe Cringe Schick schon eine Wand Das Rui Boot Er ist ja, er ist ja, er ist ja Dann schieß mal In der Box Oh, ich hab keine Lust gegen Oh, nee Wenn ich das schon sehe, dann geht, dann geht, gehe ich fliegen Ich hab Ich hab Boah, ich hab so rein, kacken Hilfe Ich hab auch gar keine Mets mehr, fast die ich grad Nicht weiterbauen Der, das ist ja Ja, okay Das war's mit mir Ich hab hier keine Mets Ach komm, ich war so dumm Mann Ich glaub Wann wirklich, jetzt war Kassion Warum denn Bestrafung? Ah, danke, Amina, meine Freundin, ist lieb von dir Ach, Mann Ich kann mitspielen, aber An sich gerne, C7 Ich weiß, aber es ist leider die letzte Runde für heute Ich bin morgen um 8 Uhr wieder live, wenn du Bock hast Machen wir weiter, Carsten Games Ah, danke, Amina, meine Freundin, Sander Mann, der klaut Ah, der ist auch besser als ich einfach Ah, gerne, C7, wie gesagt Morgen wieder, mein Freund Ah, für die letzte Runde Ja, leider heute schon, mein Freund Schäm dich Warum denn schäm mich? Ich bin doch morgen wieder da, kurz, mein Freund Morgen wieder in alter Frische Ich bin doch morgen 8 Uhr wieder da, wenn ihr Bock habt Keine Sorge Warum soll ich mich hier entschämen? Der Nico wollte ein bisschen VR-Tits spielen Ja, der Dino ist abgerauen Nein, der Dino kommt ja morgen wieder Die müssen doch mal schlafen Es ist ja langsam Schlafenzeit Janik, Abo Wie siehst du aus? Nicht gut Aber wie geht's dir, Janik? Vor allem ist er erst angeschaut Willkommen streamen Wie geht's dir, Janik, mein Freund? Wie ist er auf streamen? Ich muss erst mal gucken, wie man das im Stream machen könnte Da ist Privat-Tits Können wir gerne mal gucken, King Ich weiß, ich geh aber leider danach auf, wie gesagt Ah, wie geht's dir für TR7? Freut mich, dass du eingeschaut hast Ah, meine Ich hab Willst du mal den nicht sehen, dass er ist? Ich kann es dir gerne mal dir zeigen, wenn du möchtest Oder mir nichts im Steam Ich muss ja gucken, wie genau es funktioniert Ich muss erst dazu gehen, wie man das streamen könnte Ah, ich mach's dann, nee, ist versprochen Versprochen, versprochen Nein, ah, schlaf gut, ja, nee, kein Problem, dass du auf musst Habe ich einmal versprochen, gebrochen, Leonie, meine kleine Maus Sag die Wahrheit Habe ich versprochen King, meine kleine Maus Oder auch den Kons Habe ich mal gebrochen, mein Versprochen Mein Versprochen Gebrochen Ja? Was für ja? Wann? Wann habe ich denn mein Versprechen gebrechen? Äh, ach, Digga Egal, ihr wisst, was ich meine Wann habe ich mein Wann habe ich mein Versprechen Versprechen Ach, ja, ich kann kein Deutsch Wann habe ich mein Versprechen Ach, Digga Versprechen schon mal gebrochen Ach, Digga Wann habe ich mein Versprechen schon mal gebrochen? Oder, guck mal, das tut mir nicht gut Ich muss die Pause machen, Leonie Ich kann Ich verlerne Deutsch Das ist nicht gut Ja, irgendwie crazy Ich lerne bestimmt irgendwann Deutsch Ich habe gehört, du bringst mir Deutsch bei Rein interpretieren Rein interpretieren Rein interpretieren Rein interpretieren Ja, ich kann das Das habe ich gelernt Ich bin verwirrt Boah, ich bin auch verwirrt bei Deutsch Also wirklich, Deutschsprache ist schwer Ah, schlaf gut, ja, Digga Ich fand mich sehr trotzdem, dass du kurz da warst Rein interpretiert Rein interpretieren Rein interpretieren Digga, warte Rein interpretieren Rein interpretieren Rein interpretieren Nein Das hört sich falsch an Rein inter Kannst du das Wort sagen? Rein Inter Pretiert Rein interpretiert Rein interpretiert Das auf jeden Fall auch Rein interpretieren Jetzt habe ich es wieder Rein interpretieren Warum kann ich diese Wörter nicht sprechen? Irgendwas ist nicht gut Irgendwas ist, ich glaube Mein Kopf ist kaputt Dämpft Abend Kennst du mich noch? Lass mal kurz meinen Kopf arbeiten Äh Ach, Nent hieß du Boah, ich glaube Du warst doch schon mal früher Aber bei Skincontest da oder nicht Aber Nent Abend Willkommen wieder am Team Ich bin froh, dass du wieder da bist Wie geht's dir, mein Freund? Ich weiß es nicht Heute echt nicht, mein Tomi, Leidpickfurt, mein Freund Morgen gern wieder Sei besser leise Ja, ich glaube auch Ah, morgen gern Nennt Äh, auch den lieben Bigfoot Ich würde gern morgen wieder streamen Wenn du Bock habt 18 Uhr Du hast doch gesagt Nichts, aber da kann ich mir noch Gerne nennen Wie gesagt, ist aber leider die letzte Zone Für heute, mein Freund Mein Freund Also wie gesagt Privat immer gerne Leider ist halt wie gesagt Die letzte Zone für heute Bis ein bisschen spät Ja, das heißt Eben Weil Mehrzahl Ach Ja, okay Schade, aber die G an den Cloud G an New, Cloud and Black Ja Das ist crazy Ja, die G war eine gute Runde Hat Spaß gemacht Okay, Leute Dann Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Hatte sehr viel Spaß mit euch heute hier gemacht Ich hoffe, man sieht sich morgen wieder Ja, ich sag mal Das ist nicht mein Lieblingsgame, aber auch Ich wünsche, man sieht sich morgen wieder, Nent Wäre cool, wenn man dich vielleicht auch morgen wieder sieht Wer immer Bock hat Mein Lieblingsvideo Ich würde sagen, Manta und so E-Lotrix Aber ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend Schlaft natürlich gut Würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen Und Einen schönen, schönen Abend Danke natürlich für das Zuschauen wieder Und Ciao, ciao Meine Freunde in der Sonne Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend